Ich freue mich, Sie überhaupt kennenzulernen. Ja, ja, wie gleichfalls. So, und hier ganz interessant, müsste ich sagen. Auf der einen Seite der Hirsch, auf der anderen Seite von Merkel. Ich möchte gerne, dass Sie sehen, wie viele Fragen ich an Sie habe. Bei der Länge der Antworten bitte beachten. Damit wir Vormittagnacht zum Abendbrot beibekommen. Das brauche ich auch. Was habt ihr für Bücher von mir? Ich habe es durchzutzt. Alle. Na, die Kleiderbibel nicht. Currywurst haben wir noch. Die Currywurst ist ja noch nicht da. Nee, das ist mir schon klar. Die haben wir ja noch nicht vorgestellt. Ja, ich habe vorhin ein Lackat gesehen, made in Germany. Und da waren so verschiedene Dinge drauf. Wie der Käfer zum Beispiel, der Volkswagen Käfer. Und die Currywurst. Ja. Aber der kommt nicht aus Deutschland. Das ist ein geklautes Produkt. Echt? Wo kommt die her? Das steht in meinem Buch. Habe ich wieder vergessen. Achtung. Kommt noch eins. Noch eins. War logisch. Das war aber nicht abgemacht. Nee. Und nicht bezahlen. Nicht die Finger davon machen. Wir sind alle fest. Doch, doch. Das ist so ein bisschen tricky. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Und in der Zeit gieße ich ein, wenn Sie dann antworten. Hoffe ich. Also, lieber Professor Latib. Sie sind 1954 in Hamburg geboren worden. Und sind mit pakistanischen Eltern, zwei Brüdern und einer Schwester aufgewachsen. Ihr Vater war Imam in Stelling. Meine erste Frage. Wie oft waren Sie in Ihrem Leben in Pakistan und sprechen Sie perfekt pakistanisch? Also, ich war nur einmal in meinem Leben in Pakistan. Das ist ein starkes Stück. Und zwar als Kind, als Zehnjähriger. Ein unvergessenes Erlebnis. Und ja, wie soll ich sagen? Ein Erlebnis, das sich wirklich in meinen Herren eingebrannt hat. Denn jetzt weiß ich oder seit da weiß ich, was Armut bedeutet. Harmonie. Armut. 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 Und deswegen kommt mir ehrlich gesagt ab und zu die eine oder andere Diskussion bei uns in Deutschland so ein bisschen schräg vor. Da fragt man sich, was für Probleme hat man hier eigentlich? Und in anderen Regionen der Welt, da geht es wirklich ums nackte Überleben. Und ich glaube, das hat mich für mein ganzes Leben geerdet. Das glaube ich. Und können Sie Pakistan? Nein, ach so, das war ja die zweite Frage. Nein, kann ich nicht. Ich kann noch ein bisschen verstehen, einige Sätze sprechen. Aber der aktive Wortschatz, der geht natürlich verloren, wenn man eine Sprache nicht kontinuierlich pflegt und spricht. Und ja, am Ende muss ich sagen, ja, ich bin in Hamburg geboren. Irgendwie bin ich durch und durch. Zu Hamburg komme ich noch. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ich bin irgendwie doch durch und durch deutsch. Und ich leide genauso mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich habe heute immer geguckt auf meinem Smartphone, wann denn Hansi Flick jetzt entlassen wird. Und das ist dann auch passiert. Das war, glaube ich, mehr als überfällig. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, schlagen auch nicht zwei Herzen in meiner Brust, sondern ich bin Deutscher und ich bin es gerne. Aber ich wollte Ihnen nur sagen, das ist ja auch der Grund, weshalb wir beide nicht Trainer geworden sind. Da fliegst du einfach raus, bloß weil die schlecht spielen. Aber hast du Ihnen vorher gesagt, sie sollen gut spielen, aber machen Sie das einfach nicht. Nein, aber dafür haben wir heute das erste Mal, sind wir Basketball-Weltmeister geworden. Das ist nur wirklich wahr. Zurück zu Ihnen. Welche Bedeutung hat für Sie der Islam? Also hat er es als Kind und heute? Naja, ich bin ja in einer Moschee groß geworden. Insofern hat er ja schon eine gewisse Bedeutung für mich als Kind. Aber ich habe mich doch dann immer weiter von Religion entfernt, weil ja, der Weg ist ja irgendwie dann auch vorgezeichnet worden als Naturwissenschaftler. Und dann fragen Sie sich natürlich auch, braucht man jetzt wirklich eine Religion? Und wenn man eine Religion braucht, denke ich, das Wichtigste ist, nicht zu welchem Gott man betet, sondern dass man ein guter Mensch ist. Ja, das stimmt. Wobei, ich bin ja nicht religiös, aber habe immer gestaunt, dass Einstein an Gott glaubte. Also wenn du schon so viel weißt, dann doch irgendein Schöpfer für irgendwas. Es ist ja auch schwer zu erklären, wie das erste Leben entstanden ist auf der Erde. In welcher Art und Weise hat sie Hamburg geprägt? Ist der häufige Regenfall in Hamburg eine Ursache für ihr meteorologisches Interesse, für ihr Interesse am Klima? Oder hat das nichts damit zu tun? Also, ich habe mich eigentlich schon immer so ein bisschen für die Natur interessiert, habe mir als Kind schon so ein paar Theorien zurechtgelegt. Eine Theorie hat sich auf Gewitter bezogen. Ich habe mich immer gefragt, wieso gibt es Gewitter? Und dann habe ich mir so eine Theorie zurechtgelegt, die besagt, wenn zwei Wolken zusammenstoßen, dann rumpst es. Ja, das hört man ja auch. Und dann gibt es halt Gewitter. Ich finde, das ist eine plausible Erklärung, stimmt aber nicht. Aber das macht ja nichts. Lässt der Norden Sie nicht los, dass Sie heute in Schönberg, in Holstein leben? Ja, ich habe mein ganzes Leben, ich habe 50 Jahre in Hamburg gelebt und ich habe immer noch eine Wohnung in Hamburg. Aber irgendwann habe ich mir dann auch gesagt, als das Angebot von Kiel, von der Kieler Uni kam, dort eine Professur anzutreten, willst du wirklich von der Geburt an bis zu deinem Lebensende immer am selben Ort bleiben? Und dann habe ich für mich entschieden, nein, das möchte ich nicht. Und dann bin ich nach Kiel gegangen und ich habe es auch nicht einen Tag lang bereut. Warum? Weil ich war eben vorher beim Max-Bahn-Institut für Meteorologie. Übrigens Klaus Rathelmann, der Nobelpreisträger für Physik, war mein Doktorvater. Und ich habe mich also schon gewissermaßen mit der Muttermilch, mit Klima oder Klimaforschung ernährt oder wurde ernährt. Und dann kam der Ruf ans Institut für Meereskunde und das hat mich einfach interessiert. Dann lernt man eben auch andere Kolleginnen und Kollegen kennen. Man erweitert einfach seinen Horizont. Und so kamen Sie nach Holstein sozusagen? Und so kam ich eben nach Schleswig-Holstein und da habe ich eben auch eine schöne Wohnung an der Ostsee. Ich kann also auch auf die Ostsee blicken und deswegen ist das wunderbar. Was wurde aus Ihren Geschwistern? Ja, also mein Bruder ist jetzt in Ruhestand. Der war Richter in Hamburg. Und meine Schwester ist jetzt Oma, die ist zehn Jahre älter als ich und freut sich über ihre Enkel. Haben Sie aufgrund Ihres muslimischen Glaubens, gerade als Kind und Ihres Aussehens, auch Diskriminierung erlebt? Und erleben Sie die bis heute? Und wie haben Sie gelernt, vielleicht auch durch Ihre Eltern damit umzugehen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Diskriminierung gab es früher eigentlich nicht in dem Maße, wie sie heute existiert in diesem Land. Das ist ein völlig neues Phänomen, für mich jedenfalls. Ich bin ganz normal aufgewachsen. Ich war zwar der Einzige, der ein bisschen anders aussah in meiner Klasse, in der Grundschule, aber auch später auf dem Gymnasium. Und meine Erfahrung ist einfach, dass die Menschen waren neugierig. Ja, wollten wissen, wie ist es bei uns. Aber diskriminierend war es nicht. Und das ist dann erst so in den letzten Jahrzehnten gekommen, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde. Als ich ein Kind war, besuchten zwei Schwarze unsere Schule. Da herrschte eine Neugierde, das kann man sich gar nicht vorstellen. Alle waren ganz aufgeregt, das erste Mal in ihrem Leben zwei Schwarze zu sehen. Aber ohne jede Bösartigkeit. Ja, genau. So ist es. Also es war toll, muss ich einfach sagen. Und umso trauriger ist es. Und alle haben gestaunt, was die für weiße Zähne haben. Ja. Darauf haben wir gleich beschlossen, uns anders die Zähne zu putzen künftig. Das war, das werde ich auch nicht vergessen. Genau. Und heute kriegt man Hass-Mails. Also aufgrund meiner Profession. Aber dann eben auch garniert mit Rassismus. Und da fragt man sich auch, wohin entwickelt sich eigentlich diese Gesellschaft? Ja, das ist, lassen wir mal als Thema heute, sonst kommen wir da nicht mehr raus. 1974 machten Sie Ihr Abitur in Hamburg und studierten bis 1976 Betriebswirtschaftslehre. Woran merkten Sie, dass das nicht Ihre Welt ist? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Also zunächst einmal ging es mir ja so, wie es, glaube ich, vielen jungen Menschen geht. Nach dem Abi, was soll man nur machen? Und dann meinten meine Eltern, ja, haben Sie sich ein bisschen orientiert? Ja, genau, ein bisschen orientiert, aber vor allen Dingen Business. Also Geld machen, mach mal lieber was, womit du Geld verdienen kannst. Wie das immer so ist. Und dann habe ich angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Da habe ich sehr schnell gemerkt, dass es da eigentlich immer nur um Kosten ging. Egal, wo man in welcher Vorlesung waren, war, irgendwie ging es immer nur um Kosten. Und das fand ich irgendwie nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, Gott sei Dank kann ich nur sagen, habe ich mich dann entschlossen zu wechseln. Und habe dann erst mal angefangen, Meteorologie zu studieren. Und das ist ein Fach der angewandten Physik. Ja, das heißt also bis zum Vordiplom. Damals gab es kein Bachelor, Master, sondern da gab es ja Vordiplom und Diplom. Bis zum Vordiplom, das ist praktisch wie so ein Physikstudium, waren wir auch mit den Physikern zusammen. Und dann kommen ein paar im Hauptstudium, ein paar Meteorologie-Vorlesungen zusammen. Und ja, das war einfach toll. Es war hart, muss ich auch sagen. Mathe und Physik, auch wenn man schon eine gewisse Neigung hat. Aber an der Uni ist nochmal ein anderer Schnack, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich durchgeboxt, wie viele andere auch. Und mit der Diplomarbeit dann, als ich selbst mal was machen musste und selbst forschen konnte, da ist dann sozusagen der Knoten gebrochen. Und da habe ich Feuer gefangen. Ja, dann habe ich mir, okay, das ist es. Und du bleibst in der Forschung, wenn es denn möglich ist. Und zum Glück kam dann auch irgendwann mal der Direktor des Max-Pang-Instituts, also Klaus Hasselmann zu mir, einen Schock weg tiefer, weil das Max-Pang-Institut war einen Schock über uns und fragte, ob ich eine Doktorarbeit bei ihm machen will. Und so ist es dann gekommen. Sie haben uns ja schon erzählt, wie Ihr Interesse für Wolken, die zusammenstoßen, sodass ein Gewitter gibt, entstanden ist als Kind. Sie haben dann von 1976 bis 1983 Meteorologie und Ozeanografie studiert. 1987 haben Sie promoviert. Worum ging es in Ihrer Promotion? Also Sie müssen aber wissen, dass hier ein Laie vor Ihnen sitzt. Ja, ein hochaktuelles Thema. El Nino. Was für den? El Nino. Ja. Genau. Erzähle ich Ihnen mal. Also wir sprechen ja, wenn es um Klima geht, geht es ja in erster Linie immer um die globale Erwärmung, um die globale Erwärmung, die die Menschen verursachen. Aber es gibt ja auch natürliche Klimaschwankungen und die sitzen eben oben drauf. Also wir haben die langfristige globale Erwärmung, wird immer wärmer. Ja, und dann gibt es eben dieses kurze Gezappel da drauf. Und El Nino ist so ein Phänomen, dass eine kurzfristige Erwärmung des tropischen Pazifiks ist und mal für ein paar Monate das Weltklima durcheinander bringt. Und das kommt so alle vier, fünf Jahre in unregelmäßigen Abständen. Und damit habe ich mich eben beschäftigt und ich habe eben versucht, und auch mit einem gewissen Erfolg, irgendwie Modelle zu entwickeln, mit denen man so ein Phänomen auch vorhersagen kann. Also ein paar Monate im Voraus. Das war also meine Doktorarbeit. Dazu kommt noch eine Frage eines Laien, also von mir. 1989 habilitierten Sie und zwar in Ozeanografie. Womit beschäftigten Sie sich denn in Ihrer Habilschrift? Ja, es gibt viele Phänomene jenseits von El Nino. Also ich habe ja gesagt, es gibt die natürlichen Klimaschwankungen und sehr häufig sind eben die Meereströmung daran beteiligt. Stichwort Goldstrom. Der Goldstrom, der wird jetzt nicht nur durch Menschen beeinflusst, sondern es schwankt auch auf natürliche Art und Weise. Und dadurch kommt das zu Schwankungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zum Beispiel. Nicht so fürchterlich starke, aber trotzdem ist es relevant insofern, als dass man vielleicht wissen will, werden die nächsten Jahrzehnte vielleicht eher nochmal außergewöhnlich warm oder geht es so weiter wie bisher? Und das ist zum Beispiel für die Energiewirtschaft wichtig. Wird es eher kälter oder mäßig warm oder vielleicht ganz warm? Vorher zu sagen, dass es wärmer wird, ist irgendwie ziemlich simpel. Mehr Treibhausgase in der Luft verstärkt den sogenannten Treibhauseffekt und dann muss es wärmer werden. Aber sozusagen, was dort drumherum passiert, das ist sozusagen die Kunst. Und da gibt es eben Phänomene im Atlantik, im Nordatlantik, im Nordpazifik, im südlichen Ozean, in den Tropen, also was das Herz begehrt. Und da kann man dann auch drüber habilitieren, weil es eben so viele verschiedene Phänomene gibt. Also der Unterschied zwischen Meteorologie und Ozeanografie ist mir halbwegs klar. Wobei ich finde, dass man die Bäche, die Flüsse, die Seen und die Quellwasser niemals auslassen darf, die sind ja auch wichtig. Trotzdem interessiert mich Folgendes. Ist Meteorologie und Klimawissenschaft im Kern das Gleiche oder sind es unterschiedliche Wissenschaften, weil zur Klimaforschung mehr als die Meteorologie gehört? Genau, das ist ja eben der Punkt. Also wenn wir über Klima sprechen, sprechen wir über ein ganzes System. Und die Atmosphäre ist eine Komponente des Systems, dann kommt Wasser dazu. Also die Weltmeere vor allen Dingen. Dann kommt hier das Eis dazu, ganz wichtig, gerade für den Meeresspiegelanstieg. Die Böden, also die Landflächen. Also dieses ist ein ganz komplexes System. Und deswegen ist Klima eben viel mehr als nur Wetter. Können Sie uns erzählen, wann die Klimawissenschaft so als eine übergeordnete, ich sag mal, weitere Wissenschaft entdeckt wurde? Ich nehme an, erst gab es nur Meteorologie, aber irgendwann. Wissen Sie wann und durch wen das sich so entwickelt hat? Ja, kann ich Ihnen sagen, das ging eigentlich Hand in Hand mit der Computerentwicklung. Also als die ersten Computer entwickelt wurden, Ende der 50er Jahre, konnte man zwei Dinge machen. Erstens, man konnte jetzt die Wettervorhersage wirklich fundamental verbessern, weil man die zugrunde liegenden mathematischen Gleichungen jetzt eigentlich wie besser lösen konnte, ja, mithilfe der Rechenmaschinen. Wenn wir das jetzt versuchen würden, alle zusammen, das würde ewig dauern. Angenommen, wir würden einen Tag vorhersagen wollen, bräuchten wir aber mit Papier und Bleistift irgendwie einen Monat oder so. Das bringt irgendwie die Vorhersage nicht viel. Aber der Computer, der ist zwar doof, aber der kann das eben schnell. Und das war sozusagen ein wichtiger Durchbruch, aber weil der Computer eben so schnell ist, konnten wir jetzt auch andere Komponenten dazunehmen. Also nicht nur die Meteorologie, sondern die Ozeanografie, also die Meere und so weiter. Und dem Maße, wie sich die Computer immer verbessert haben, konnten wir immer mehr Komponenten hinzunehmen. Und deswegen sind wir heute tatsächlich immer noch begrenzt durch die Möglichkeiten der Computer. Ja, also ich höre ja komischerweise selten Wetterbericht im Unterschied, sondern wundere mich dann immer, wenn es regnet. Andere haben das vorher schon gehört. Aber häufig kommt es gar nicht so, wie der Wetterbericht sagt. Warum ist das nicht genau genug? Was fehlt da? Das liegt in der Natur der Sache. Also es gibt ja diese berühmte Regenwahrscheinlichkeit. Und Regenwahrscheinlichkeit, wenn die nun nicht 100 Prozent ist, heißt ja, es kann regnen, aber es muss nicht regnen. Und ich will das mal vergleichen mit einem Kochtopf. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen jetzt wasserheiß machen. Und dann stellen Sie den Kochtopf auf den Ofen oder auf Ihre Herdplatte, was auch immer. Und dann gucken Sie sich mal an, wie sich das Wasser da entwickelt. Und irgendwann steigen da Blasen auf. Aber Sie wissen, dass die Blasen irgendwann aufsteigen. Sie wissen nicht, wo die Blase jetzt wirklich hochkommt. So ist es mit den Wolken. Sie wissen, okay, da werden sich irgendwie Wolken bilden. Aber wo die Wolke jetzt kommt und welche Wolke jetzt regnet und welche nicht, das können Sie nicht vorhersagen. Sie können nur irgendwie sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nun gerade an Ihrem Ort regnet, ist irgendwie 50 Prozent. Und dann kann es tatsächlich sein, dass es bei Ihnen regnet und drei Kilometer weiter scheint die Sonne. Und es ist eben anders, wenn man so eine, wie wir sagen, Warmfront hat, wo auf breiter Front alles bedeckt ist, wo die Luft aufgeleitet. Und dann regnet es eben über großen Flächen. Und dann ist die Regenwahrscheinlichkeit eben 100 Prozent. Aber nur dann. Ich merke schon, ich hätte nie ein Klimaforscher werden können. Ich bin ja so einer, der braucht es genau. Ich meine, man muss doch wissen, wie sich eine Wolke entwickelt und von wo sie kommt und wann sie weggeht und wann sie regnet und wann nicht. Das lässt sich das nicht alles mit Daten erfassen. Natürlich lässt sich das erfassen. Aber sie können natürlich nicht an jedem Ort der Erde messen. Das ist wahr. Und sie können auch nicht ein Rechenmodell erstellen. Theoretisch könnten sie es, das an jedem Ort der Erde funktioniert. Weil dann brauchten sie Computer, die nochmal, ich weiß nicht, tausendfach, hunderttausendfach, millionenfach, milliardenfach schneller sind als die heutigen. Weil nur dann könnten sie tatsächlich solche Rechnungen auch durchführen, so ganz genau, damit sie dann tatsächlich alle zehn Meter oder so diese Berechnung durchführen können. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir beide das nicht mehr erleben. Weil so eine ganz genaue Zeit hat ja auch ihre unangenehmen Seiten. Man kann kaum aufzählen, was sie alles waren und sind. Also wissenschaftlicher Mitarbeiter und Privatdozent am Max-Planck-Institut. Professor am Institut für Meereskunde. Dann Professor am Institut für Meereswissenschaften Leibniz. Und seit 2012 Professor im Zentrum für Ozeanforschung in Kühl. Gastforscher waren sie in Australien und in den USA. Sagen Sie mal, waren alle diese Tätigkeiten für Sie immer wieder neue Herausforderungen? Oder gibt es ein oder zwei, wo Sie sagen, die spielten eine besondere Rolle für mein wissenschaftliches Leben? Ja, also ich denke, meine Zeit am Max-Planck-Institut war natürlich schon sensationell für einen Wissenschaftler. Ich will das noch mal kurz erklären, warum das so ist. Es gibt ja verschiedene Wissenschaftsorganisationen in Deutschland. Und die Max-Planck-Gesellschaft bringt tatsächlich die allermeisten Nobelpreisträger hervor. Und das hat auch seinen Grund, weil da steht wirklich die Forschung im Vordergrund. Nichts als die Forschung. Also an Stelle 1 kommt die Forschung an Stelle 2, kommt die Forschung an Stelle 3, kommt die Forschung. Und das ist eine andere Forschung. Das heißt keine Vorlesung, nichts dergleichen. Muss man nicht machen, wenn man es nicht will. Man kann es natürlich machen. Aber tatsächlich und vor allen Dingen wenig Bürokratie. Das ist ganz wichtig. Ich meine, wir werden an den Universitäten zum Beispiel inzwischen fertig gemacht mit Bürokratie. Sie kommen ja gar nicht mehr zum Forschen. Sie müssen dann hier, wenn Sie eine Reise machen wollen. Sie glauben gar nicht, was für ein Theater das ist, was Sie da alles ausfüllen müssen. Und hast du da irgendwie was zu essen gekriegt oder nicht? Also es ist wirklich ein Drama. Und irgendwann sagt man sich auch, ey, behalt dein Geld, lieber Staat. Ich zahle das lieber aus der eigenen Tasche, weil ich habe etwas Besseres zu tun, als immer irgendwelche Formulare auszufüllen. Und ja, das verleidet einem einfach die Forschung. Und wenn man dann über EU spricht, wenn man EU-Gelder kriegt, das ist nochmal ein bisschen komplizierter. Und das bringt dann einfach keinen Spaß mehr. Und bei Max Planck in der Max-Planck-Gesellschaft gibt es natürlich auch ein bisschen Bürokratie. Aber das ist eine Bürokratie, die relativ gering ist. Und deswegen bringt das so einen Spaß, da zu arbeiten. Wenn ich so etwas ausfüllen muss, habe ich eine Weile dank ein bisschen Humor erlebt, bis ich gemerkt habe, dass ich damit die Verwaltung zur Rasserei bringe. Also da stand zum Beispiel Hotel mit Frühstück oder ohne. Da habe ich ein Sternchen gemacht. Da habe ich gesagt, es gab etwas, was sie Frühstück nannten. Aber eigentlich verstehe ich darunter etwas anderes. Und so weiter. Und dann sind die verrückt geworden. Da habe ich es bleiben lassen. Nein, nicht auf Kosten der anderen. Sie sind Mitglied der Deutschen und der Amerikanischen Meteorologischen Gesellschaft. Seit 2022 Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Mitglied des Vorstands des Deutschen Klimakonsortiums und der Deutschen Gesellschaft für den Club of Rome. Ist es richtig, dass dies alles dem Erfahrungsaustausch unterschiedlicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dient? Dass man sozusagen da zusammenkommt und sagt, ach, das macht er gerade und das hat er bei herausbekommen. Und sind dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler offen? Oder sind es eher Geheimniskrämer, was neue Erkenntnisse betrifft, wegen der Angst vor Diebstahl? Nein, es gibt solche und solche. Aber ich persönlich bin jemand, der den Austausch mit anderen Disziplinen schätzt und auch pflegt. Und gerade in der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, wir sind eine sogenannte klassenlose Akademie. Das heißt also, wir haben sowohl Geisteswissenschaftlerinnen, Kultur- und auch Naturwissenschaftlerinnen. Und das ist eben das große Plus, glaube ich, der Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Weil, schauen wir uns doch mal um, die großen Krisen der heutigen Zeit können Sie doch gar nicht mehr disziplinär lösen oder sektoral, sondern gucken wir uns das Klimaproblem an. Ich meine, das Klimaproblem, im Prinzip wissen wir doch alle, was los ist und trotzdem passiert nichts. Also wir müssen doch auch irgendwie die Gesellschaft verstehen, wie gesellschaftliche Mechanismen funktionieren. Wir müssen Politik verstehen, warum tun Sie eigentlich nichts? Also ich meine jetzt nicht Sie persönlich, aber vielleicht auch Sie persönlich. Ich stelle neben Politikerinnen und Politikern die gleichen Fragen. Ich kriege auch keine Antwort. Ja, und deswegen, ich dachte früher immer, man kommt vom Wissen zum Handeln, aber das ist nicht so. Es ist viel komplexer, wie man irgendwie vom Wissen zum Handeln kommt. Und deswegen muss man die Dinge eben interdisziplinär angehen. Wir haben es auch bei Corona gemerkt. Ich meine, die Sache war, behaupte ich jetzt mal aus medizinischer Sicht eigentlich ziemlich klar. Und trotzdem gab es doch große Kontroversen. Soll man sich jetzt impfen lassen oder nicht? Ist überhaupt Corona gefährlich oder nicht? Soll es eine Impfpflicht geben oder nicht? Und, und, und. Und ich glaube tatsächlich, dass man solche Themen dann auch einfach nur zusammen bearbeiten kann. Und deshalb trete ich jetzt im Bundestag für die Bildung einer Enquetekommission ein, wo wir immer alle Maßnahmen bei Corona und so weiter durchgehen, auch die Ergebnisse, um zu sagen, das ist richtig, müssten wir in einem solchen Falle wieder tun. Und das sollten wir nicht wieder tun, weil das sich nicht bewährt hat, etc. Man muss ja dann eine solche Zeit, gerade wenn man sie politisch ständig begleitet hat, auch aufarbeiten, um für die Zukunft Schlüsse zu tun. Aber was glauben Sie, wie schwer das ist, im Bundestag sowas durchzukriegen? Aber ich hoffe, dass es gelingt. Besonders interessiert mich Ihre Tätigkeit für den Club of Rome. Der hatte mal, als ich jünger war, eine große Bedeutung. Dann ging plötzlich die Bedeutung zurück und jetzt kommt sie langsam wieder. Wie erklärt sich das? Also der Club of Rome hat ja damals 1972 die Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Und aus heutiger Sicht wird, glaube ich, immer noch falsch verstanden, was der Club of Rome damals eigentlich sagen wollte. Also im Vordergrund stehen immer irgendwelche Vorhersagen. Es ist kein Öl mehr da oder ich weiß nicht was. Und nachher hat der Club of Rome ja Unrecht und so weiter. Und deswegen hat die Glaubwürdigkeit des Club of Rome so ein bisschen gelitten. Tatsache ist aber, dass es in Club of Rome um Systemverhalten ging. Systemverhalten. Wie verhalten sich komplexe Systeme? Und der Club of Rome hat eben gezeigt, dass Systeme ja urplötzlich kippen können. Also zunächst entwickeln sich Dinge so allmählich und auf einmal ohne große Vorwarnung kippen Systeme. Und der Club of Rome hat übrigens damals auch, das ist ja jetzt über 50 Jahre her, auch schon über exponentielles Wachstum gesprochen. Ich glaube, heute wissen alle, was exponentielles Wachstum ist durch Corona. Die Dinge fangen ganz allmählich an und dann beschleunigen sie sich. Und auf einmal kann man sie gar nicht mehr einfangen, weil sich gewissermaßen explodiert. Das waren meiner Meinung nach die wesentlichen Dinge des Club of Rome. Und ich will mal, um Ihre Frage dann auch konkret zu beantworten, einen Satz oder eine Aussage aus den Grenzen des Wachstums hier nochmal hervorholen. Da heißt es gegen Ende des Berichts, es fängt an, warten ist keine Option oder abwarten ist keine Option. Wenn die Bedrohung und Zwänge offen zutage treten, hat die Weltgesellschaft zu lange gewartet. Und ich glaube, in der Situation sind wir heute so ein bisschen. Wenn die Bedrohung und Zwänge offen zutage treten, hat die Weltgesellschaft zu lange gewartet. Und deswegen kommt, glaube ich, diese Bedeutung des Club of Rome jetzt wieder hoch. Sie waren auch Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften, auch Mitautor der IPCC-Berichte. Sie gelten in Deutschland als der Papst oder der Messias der Klimaforschung. Kommt in dem hohen H-Index, ich übersetze das gleich, von 92 bei Ihrer weltweiten Wahrnehmung in Fachkreisen, diese große Anerkennung zum Ausdruck? Und wie erklärt sich Ihre Stellung? Das würde mich interessieren. Also der hohe H-Wert heißt, wie bekannt man in den Fachkreisen ist. Und da hat er einen Wert von 92, das ist kurz vor 100. Das ist schon wirklich beachtlich, muss ich sagen. Und welche Art von Forschung von Ihnen waren das, das so Ihren Namen geprägt hat, sodass Sie diese einzigartige Stellung als Wissenschaftler sicher erarbeiten konnten? Naja, ich habe mich eben sehr viel mit der Rolle der Meere beschäftigt. Da haben wir ja vorhin auch so ein bisschen drüber diskutiert. Und ich bin eben jemand, der keine Angst hat. Das heißt also, ich gehe Dinge an, die irgendwie noch niemand vorher angegangen ist. Und klar kann man auch mal falsch liegen. Aber trotzdem, ich habe viele Dinge als Erster gemacht. Und dann kann man immer sagen, ja, okay, ist noch verbesserungswürdig und hier war nicht ganz richtig und so weiter. Aber trotzdem, die Leute müssen einen immer zitieren, weil man das mal als Erster gemacht hat. Und da kommt das so auch so ein bisschen her. Aber wie gesagt, man muss auch in der Forschung, muss man Mut haben und die Dinge dann einfach mal angehen und nicht sagen, ja, das ist so schwer, nee, das lasse ich mir definieren. Aber der Darwin war eben auch sehr mutig. Wie bitte? Der Darwin war auch sehr mutig. Ja, der Darwin war auch sehr mutig. Alle waren sehr mutig. Also wenn ich hier an die Kontinentalverschiebung denke, ja. Ich meine, Wegner hat doch einfach nur geguckt und hat gesehen, die Kontinente, also Südamerika und Afrika, wenn man die zusammenschiebt, passt das irgendwie zusammen. Obwohl sie inzwischen Tausende von Kilometern weit auseinander sind. Und dann hat er einfach gesagt, ja, okay, die müssen sich irgendwie bewegen. Und das hat am Anfang auch keiner geglaubt. Der ist doch völlig durchgeknallt hier. Die Kontinente bewegen sich. Nun haben wir gerade in Marokko diese schreckliche Erdbeben. Das ist ja sichtbares Zeichen dafür, dass sich die Kontinente bewegen. Weil wenn die sich verhaken und es zu Spannungen kommt und diese Spannungen abgebaut werden in so einem Ruck, dann kommt es eben zu einem Erdbeben. Und so war es mit vielen Dingen. Übrigens auch mit dieser sogenannten Milankovic-Theorie. Die will ich mal kurz erklären, was das mit Klima zu tun hat. Also ich werde ja oft gefragt, es gab doch immer Eiszeiten und Warmzeiten. Und wieso regst du dich jetzt auf? Nun wird es wärmer. Ja, Herr Gott, hat es doch immer gegeben. Und damals gab es doch auch keine Menschen oder zumindest keine Menschen, die irgendwie große Mengen von Treibhausgasen in die Atmosphäre entlassen haben. Und Milankovic hat das erklärt. Und der hat eben gesagt, wenn man sich so die Daten anguckt, sieht man zum Beispiel einen Rhythmus von 100.000 Jahren. Also zwischen zwei Eiszeiten sind meistens ungefähr 100.000 Jahre und zwischen zwei Warmzeiten sind auch 100.000 Jahre. Es gibt so eine Periode von 100.000 Jahren. Und da hat er also postuliert, dass sich die Erdbahn um die Sonne ändert. Die ändert sich nämlich genau mit einer Periode von 100.000 Jahren, von einem Kreis zu einer Ellipse und wieder zurück zu einem Kreis. Hat ihm am Anfang auch kein Mensch geglaubt. Und heute ist es die Standardtheorie für das Entstehen und Vergehen von Eiszeiten. Die möchte ich nun auch nicht erleben, eine Eiszeit. Da friert man ja ständig. Ja, aber das dauert natürlich. Vielleicht zur Eiszeit. Die letzte Eiszeit, der Höhepunkt der letzten Eiszeit war vor gut 20.000 Jahren. Und da wissen wir ja, da waren große Teile Europa vor 20.000 Jahren der Höhepunkt. Dann haben wir ja noch 80.000 Jahre Zeit. Ja, Moment. Da wollte ich eben gerade drauf hinaus. Also vor gut 20.000 Jahren haben wir dicke Eispanzer, Kilometer dick. Und jetzt ist ja ein neuer Klimafaktor hinzugekommen, nämlich wir, wir Menschen. Richtig. Und wir haben es schon geschafft, weil wir schon so viel CO2 in die Atmosphäre gepumpt haben, dass die nächste Eiszeit ausfällt. Also die wird eben nicht kommen. Und deswegen, ich will jetzt keine Werbung für mein Buch machen, aber deswegen habe ich eben ein Buch Heißzeit genannt. In Anlehnung an Eiszeit, Heißzeit, um nochmal die Dramatik sozusagen dieser globalen Erwärmung deutlich zu machen. Ich glaube, dass Ihre Wissenschaftlichkeit, Ihr Mangel an Polemik, Ihr Hang zur Logik auch eine wichtige Rolle bei Ihrem Bekanntheitsgrad spielen. Was ich sehr schätze. Ich muss Ihnen sagen, als ich, na wie alt war ich, 18, so machte, so mein Abitur. Es gab in der DDR einen Nobelpreisträger, Gustav Herz. Allerdings hat er den Nobelpreis bekommen, da gab es die DDR noch gar nicht in den 20er Jahren. Aber der lebte dort und der sprach zu uns und der erzählte etwas, was ich nie vergessen werde. Er sagte, der Röntgen ist ja so berühmt geworden, weil er die Strahlen entdeckt hat. Und da hat er einen Versuch gemacht und hat eine grüne Farbe gesehen, die er sich nicht erklären konnte. Und daraufhin hat er eben geforscht und die Röntgenstrahlen gefunden. Oder X-Strahlen, wie sie auch hießen. Und das Interessante war, sagte er, dass dann viele hinterher sagten, na was ist da schon dabei? Der hat das Experiment gemacht, hat das Grüne gesehen. Und dann hat er immer gesagt, ja, aber 3000 vor ihm hatten auch das Experiment gemacht. Und ihnen ist das Grüne nicht aufgefallen. Da habe ich begriffen, was ein Forscher können muss. Er muss sich auch wundern können. Wenn du da so leichtfertig drüber hinweg gehst, da ist im Irgendwald Grün und Na schön, dann kannst du nicht auf neue Erkenntnisse kommen. Das hat sich mir tief eingeprägt, wollte ich Ihnen erzählen. Sie treten häufig im Fernsehen und im Hörfunk auf, werden als Gast, gerade als Experte für globale Erwärmung eingeladen. Die Kehrseite besteht in Hasstiraden von Klimaleugnerinnen und Klimaleugnern. Wie gehen Sie mit diesen Tiraden um? Und da würde mich interessieren, Sie waren ja bei Lanz, da war ja einer von der AfD, der auch alles besser wusste. Na gut, den haben Sie einfach in die Tasche gesteckt, wie man so sagt. Aber trotzdem, es ist ja auch nicht so leicht, der Umgang mit dieser Gegnerschaft. Ich meine, ich kenne den von 90, 91, 92, 93, 94. Aber wie gehen Sie damit um? Na ja, was soll ich machen? Also ich bekomme natürlich sehr viele E-Mails und einige sind eben nun dieser Art, wie Sie gerade beschrieben haben, wo ich lösche die einfach. Ich meine, was soll ich so machen? Und noch ein Punkt, der mir, glaube ich, ein bisschen dabei hilft. Ich bin nicht bei den sozialen Netzwerken unterwegs. Das finde ich aber keine Zeit dafür. Ich habe ja eine völlig andere Methode. Wenn mir einer schreibt, dass ich ein Vollidiot bin, dann nehme ich den Begriff auseinander. Ich sage, also es gibt halbe Idioten, vierte Idioten, dreiviertel Idioten und volle Idioten. Wenn ich schon etwas bin, möchte ich es natürlich gerne voll sein. Aber und so weiter. Und da werden die ja nur noch wütender. Ich kann mich mal erinnern, da hielt einer ein Plakat, da stand drauf, Diebe, Betrüger, Mörder, Totschläger. Also meine ganze Partei, so 91. Und dann habe ich gesagt, naja, das soll doch eine Steigerung sein zu ihm. Wir sind bei Ihnen zuerst Diebe, dann Betrüger, dann Mörder, dann Totschläger. Nun muss ich Ihnen aber erklären, dass Mord das schlimmere Delikt ist im Vergleich zu Totschlag. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, dürfen Sie nicht schreiben, Diebe, Betrüger, Mörder, Totschläger. Dann müssen Sie schreiben, Diebe, Betrüger, Totschläger, Mörder. Dann stehst du übrigens wirklich kurz vorm Totschlag, weil es ja immer wütender wird. Ich weiß nicht, was das für eine Art von mir ist. Das ist furchtbar, ne? Ja, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Man muss ganz ehrlich sagen, da jetzt wirklich zu antworten, also da habe ich Besseres zu tun. Und ich glaube auch, dass das Nichtantworten auch eine Art von Bestrafung ist. Weil die wünschen sich ja nichts sehnlicher, als mit mir ins Gespräch oder in eine scheinbare Diskussion zu kommen. Und ich glaube, das Ignorieren ist die Höchststrafe irgendwo. Ja, da gibt es für wen eine andere Grenze, da höre ich dann auch auf. Dann schreibe ich auch, das war die letzte Korrespondenz und so, wenn so ein Rahmen vollständig gesprengt wird. Das stimmt. Wir müssen ja kurz vor der Pause doch noch schon mal zum Klima kommen. Also, Sie meinen, dass der Beschluss, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, schon deshalb eine Illusion ist, weil dann der CO2-Ausstoß mit 2030 mindestens halbiert sein müsste, was er aber nach allen Berechnungen nicht sein wird. Wenn Sie so eine Feststellung treffen, wie reagiert denn dann die Politik? Gar nicht? Na ja, mit der Politik, das ist nur wirklich so eine Sache, muss ich sagen. Also, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, auch nicht in der Politik. Also, schon lange nicht mehr. Wir hatten ja schon, Sie haben vorhin Enquete-Kommissionen den Begriff fallen lassen. Wir hatten ja schon Ende der 80er-Jahre, also noch vor der Wiedervereinigung im Deutschen Bundestag, eine Enquete-Kommission zum Klima. Wenn sich die Berichte rausholen von damals über, steht alles drin. Also, mir soll keiner erzählen, ich habe es nicht gewusst. Und ich glaube, womit wir es zu tun haben in der Politik, ist eine Art von Verdrängung. Wenn man jetzt, also jetzt, wenn man den Bundeskanzler jetzt gerade gehört hat, beim G20-Gipfel, jeder vernünftige Mensch weiß, dass da nichts rausgekommen ist. Ganz im Gegenteil, es war ein Rückschritt. Ich meine, Russland wird überhaupt nicht mehr irgendwie angegriffen, sondern da steht dann eben so eine Floskel, weiß ich nicht, Angriffskrieg soll nicht sein, ich weiß nicht, ich kenne die genaue Formulierung nicht. Und dann lobt der Kanzler das über den Klee und wir sind wieder über einen Schritt vorangekommen. Und so ist beim Klima ganz genauso. Ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Das war ein Weltwirtschaftsgipfel. Genau, in Heiligendamm. Ich muss mal überlegen, wann das war, 2007. Heiligendamm, schönes Ostseepad. Und damals war ja noch Angela Merkel, Bundeskanzlerin. Und ich war auch da als Kommentator fürs Deutsche Fernsehen und habe da noch ein paar Interviews gegeben. Und irgendwann an einem Tag, am Abschlusstag natürlich, da sollte ich gerade wieder was in die Kamera sagen. Und dann hieß es aber, nee, Frau Merkel tritt jetzt vor die Presse und wir müssen jetzt mal abbrechen. Und wir kommen aber gleich zurück zu Ihnen. Dann können Sie kommentieren, was sie gesagt hat. Und dann sah man also die Kamera, die sich auf Frau Merkel richtete. Und Frau Merkel stand noch nicht sozusagen da, wo sie eigentlich stehen sollte, sondern ging erst mal so einen Gang lang. So einen ellenlanger Gang. Und die Kamera war immer auf sie gerichtet. Und irgendwann öffnete sich der Raum. Und dann standen da wirklich so vier Männlein. Also anders konnte ich das nicht wahrnehmen. Vier Männlein. Mikrofon und so weiter. Die vier Männlein waren die vier Chefredakteure der großen deutschen Fernsehanstalten. AD, ZDF, RTL, Sat.1. Gut. Und dann hat Frau Merkel also die Erklärung verlesen. Und dieser eine Kernsatz, mit dem sie zur Klimakanzlerin wurde, der lautete, wir, also die G7, erwägen ernsthaft, den Ausstoß von Treibhausgasen zu halbieren. Wir erwägen ernsthaft. Oh Gott, was sagt die denn da gerade? Habe ich so überlegt, wenn ich jetzt zu meinem Banker gehen würde, dann sage ich, ich erwäge ernsthaft, meinen Kredit zurückzuzahlen. Würde ich ja gleich dreikantig... Wenn ich sage, dreikantig rausfliegen und dann musste ich was sagen. Ja, Herr Latif, wie bewerten Sie jetzt die Abschlusserklärung und so weiter. Und dann habe ich so ein bisschen da rumgedruckt, dann habe ich dann gesagt, ja, nichts Konkretes und so weiter. Und ich merkte schon, wie die Moderatorin irgendwie so unruhig wurde, weil die hat das als großen Erfolg empfunden. Ja, klar, klar. Naja, und dann sagte sie am Ende tatsächlich, sie müssen auch was Positives sagen. Und das Einzige, was mir in dem Moment einfiel, war, ja, die treffen sich nächstes Jahr wieder. Ich wollte Ihnen erzählen, das wachsende Misstrauen von Teilen der Bevölkerung in die Politik hängt ja auch damit zusammen, dass man gar nicht ehrlich beschreibt, wie es zu Entscheidungen kommt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Also wir hatten ja Gesundheitsminister jetzt hintereinander. Während der Corona-Krise waren natürlich alles die besten Virologen. Das ist völlig klar. Das heißt, die tun immer so, als ob sie selber Virologen sind. Aber dabei kannst du morgen Innenminister und übermorgen Landwirtschaftsminister sein. Das spielt ja keine Rolle. Du trägst ja in Wirklichkeit nur eine gewisse politische Verantwortung. Und dann habe ich dem einen mal erzählt und dem anderen, dass ich das völlig anders gemacht hätte. Ich hätte eine Kommission aus zehn international anerkannten Virologinnen und Virologen gebildet. Und wenn die sich einig gewesen wären, hätte ich immer eine oder einen, nicht immer den gleichen, immer einen anderen mitgenommen. Und der hätte gesagt, ja, wir haben beraten, haben das ihm vorgeschlagen und so weiter. Und dann sage ich, ja, weil ich das einleuchtend finde, werde ich das machen. Und dann hätte ich die Situation gehabt, dass sie unterschiedliche Meinungen hatten. Dann hätte ich zwei mitgenommen. Um den Leuten klarzumachen, was da eigentlich passiert. Und dann hätte der Erste gesagt, ich habe ihm gesagt, wenn er nicht das Grundrecht einschränkt, nicht das Grundrecht einschränkt, dann wird es 100.000 Infizierte mehr geben als ansonsten und mindestens 3.000 Tote mehr geben. Sag ich, jetzt sie. Dann sagt der andere, das ist alles Quark, das ist überhaupt nicht nötig. Das reicht völlig, wenn er das macht. Und weder wird es 100.000 mehr Infizierte geben, noch wird es 3.000 mehr Tote geben. Und dann hätte ich die Journalistinnen und Journalisten angesehen und hätte gesagt, ich bin kein Virologe. Was soll ich jetzt machen? Ich werde es Ihnen sagen, ich würde mich viel lieber nach ihm richten, da müsste ich ja weniger Grundrechte einschränken. Aber wenn er Recht hat, übernehme ich die Verantwortung für 100.000 Infizierte und 3.000 Tote. Das kann ich nicht. Deshalb muss ich mich nach ihm richten. Sehen Sie, und dann würden die Leute verstehen, wie es zu einer Entscheidung kommt. Wenn du dich aber hinstellst als Oberhauptsachvirologe der Welt und sagst, ich weiß ganz genau, so muss es laufen und nicht anders etc., dann wächst eben das mit. Ich verstehe nicht, warum das nicht möglich ist, das so zu erklären. Dann würden die Leute sagen, ja, vielleicht ist es eine falsche Entscheidung, aber was soll er wirklich machen? Also du kannst ja dann dafür auch Verständnis gewinnen. Ich verstehe nicht, warum das nicht passiert. Nein, das ist ähnlich beim Klima. Ich meine, da gibt es jetzt diesen Dissens in der Wissenschaft gar nicht. Aber ich will mal auf den Punkt Unsicherheit zu sprechen kommen. Selbst wenn es jetzt tatsächlich zwei Fraktionen geben würde in der Wissenschaft, die einen sagen, wir haben ein massives Klimaproblem, die Menschen beeinflussen das Klima erheblich und das kann so nicht weitergehen. Und dann haben wir die andere Fraktion, ach, alles dumme Zeug und was weiß ich, ist die Sonne oder gibt es ja genügend von, die das behaupten. Also nicht Wissenschaftler, aber Fritz Varenholz zum Beispiel, ehemaliger Senator in Hamburg. Und ich möchte einfach eine Analogie mal bringen. Unsicherheit ist doch der beste Grund zu handeln. Genau so, wie Sie es gerade erzählt haben. Denn was das Klima angeht, verhalten wir uns doch gerade so, wie jemand, der im dichten Nebel auf der Autobahn fährt und nicht weiß, ob da gleich ein Stauende kommt oder nicht. Und in dem Moment ist es doch besser, den Fuß vom Gas zu nehmen, weil das Vorsorgeprinzip muss doch gelten. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn ich nicht genau weiß, was passiert, dann nehme ich doch den Fuß vom Gaspedal, im wahrsten Sinne des Wortes beim Klima, also weniger Treibhausgase ausstoßen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das verstehe ich. Also die Frage ist ja, was mit uns Menschen passiert, wenn die Erwärmung stärker wird. Ich komme mal zum Beispiel, die Verwüstungen. Also der Untergeneralsekretär der UNO, Herr Steiner, der zuständig ist für Nothilfe und für Entwicklung, hat mir erklärt, dass er vor 15 Jahren oder so gab es für Nothilfe und Entwicklung 10 Milliarden Dollar und da konnte man beides finanzieren. Heute hat er 40 Milliarden Dollar und schafft gerade mal die Nothilfe an Entwicklung, um es gar nicht zu denken, weil Verwüstung plötzlich 100.000 Leute umziehen müssen. Ja, wohin denn? Wohnung, Wasser, alles brauchst du etc. Hat das miteinander zu tun und werden diese Verwüstungen weiter zunehmen? Ja, es sieht ganz danach aus. Also 2023 dieses Jahr zeigt ja, in welche Richtung tatsächlich die Entwicklung geht. Ich möchte noch mal Revue passieren. Also ich meine, wir vergessen so schnell, weil so viele Dinge passieren. Aber zum Jahreswechsel hatten wir Temperaturen von um die 20 Grad. Silvester, das muss man sich mal vorstellen, 20 Grad. Wir hatten letztes Jahr in Hamburg 40,1 Grad. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir in Hamburg mal 40 Grad oder höhere Temperaturen haben würden. Dann hatten wir die verheerenden Dürren in Italien, in Spanien schon im Frühjahr. Dann kamen die sinnfurtartigen Niederschläge in Norditalien beispielsweise. Das gleiche haben wir jetzt in Griechenland erlebt. Unfassbare Katastrophen, Regenfälle, die hat es in Europa in dieser Intensität noch nie gegeben. Das heißt, wir sehen inzwischen die Auswirkungen fast überall. Auch wenn wir dann nach Nordamerika blicken, die Waldbrände, die größten Waldbrände in der Geschichte des Landes. Teilweise mussten in den USA, also gar nicht da, wo es gebrannt hat, sondern in den USA ca. 100 Millionen Menschen vor schlechter Luftqualität gewarnt werden. Infolge der Brände in Kanada, also New York, Chicago, Detroit und so weiter. Es sind unfassbare Verhältnisse. Und das muss jetzt wirklich mal ein Ende haben. Und das bedeutet eben, dass die Welt endlich begreifen muss, dass sie zusammenarbeiten muss. Weil wir haben ja eine völlig neuere Herausforderung, vor der die Menschheit steht. Vor der hat die Menschheit so noch nie gestanden. Alle Länder müssen gemeinsam dieses Problem angehen. Weil, das will ich auch gerne erklären, so ein Gas wie CO2 beispielsweise, wenn wir es ausstoßen, verweilt das in der Atmosphäre für Jahrhunderte bis Jahrtausende. Das heißt also, es verteilt sich um den Erdball, egal wo es rauskommt, weil es so lange lebt. Und es kommt doch nicht von ungefähr, dass nun gerade die Pole schmelzen, obwohl dadurch überhaupt gar keiner CO2 ausstößt. Das zeige ich hier dieses Problem, vor dem wir stehen. Und das hat die Welt noch nicht begriffen. Wir haben jetzt gerade wieder den G20-Gipfel gehabt. Da gab es eine windelweiche Erklärung zum Klimaschutz. Also jetzt nicht nur zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern auch zum Klimaschutz. Und ja, da hat man sich dann darauf geeinigt, dass man sich irgendwie bemühen will, die erneuerbaren Energien oder den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, zu verdreifachen. Ja, aber ich meine, wie oft habe ich diese Erklärung gehört? Und es ist nie letzten Endes was passiert. Und es gibt nur eine Zahl, die relevant ist. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Und das ist der Gehalt von Treibhausgasen in der Luft. Und der steigt. Können bewohnte Inseln untergehen, sodass wir dann logischerweise ein weiteres Flüchtlingsproblem haben? Die Regierung der Malediven hat ja mal unter Wasser getagt, um zu zeigen, was da auf sie zukommt. Ja, wir müssen dann gar nicht so weit weggehen. Wissen Sie, ich war vor ein paar Wochen in Wales und für eine ARD-Doku. Und dort haben wir Menschen interviewt, denen gesagt wurde von offizieller Stelle, ihr müsst euch eine neue Heimat suchen. Ich rede jetzt nicht über Bangladesch, ich rede nicht über irgendeine Südseeinsel, ich rede über Europa. Dort gibt es bereits Klimaflüchtlinge. Das heißt, wir müssen uns nicht immer vorstellen, die kommen immer von weit her und so weiter. Sondern natürlich werden auch bei uns Klimaflüchtige entstehen. Und ich glaube, wir können uns alle gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn die Meere immer weiter ansteigen, wenn immer mehr Küstenregionen betroffen sind. Und das kostet ja heute auch schon viel Geld. Ich meine, auch wir bauen ja schon die Deiche hoch an Nord- und Ostsee. Und das kostet doch Geld. Dieses Geld fällt doch nicht vom Himmel. Es kostet uns schon Geld. Und wir geben schon Milliarden von Euro jedes Jahr für die Klimaschäden aus oder um uns anzupassen. Und um auf Frau Merkel zurückzukommen, ich will ja auch mal was Positives sagen. Sie hat mal gesagt, und das ist völlig richtig, wir sollten nicht fragen, was uns der Klimaschutz kostet. Wir sollten fragen, was es uns kostet, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben. Das ist richtig. Überschwemmungen, Wasserstand, Stürme und weitere Unwetter. Kann man sagen, dass die Stärke der Stürme, das kommt mir ja auch so vor, als ob die jetzt viel stärker sind als früher. Das kann natürlich ein Wissenschaftler widerlegen, wenn er es über Jahrzehnte verfolgt. Trotzdem interessiert mich, hat das alles auch mit CO2, hat das alles auch mit Erderwärmung zu tun, dass die Stürme so viel schlimmer sind? Die haben ja jetzt Folgen in den USA, wie man sie vorher kaum kannte. Ja, das muss man differenziert betrachten. Also Sturm ist eben nicht gleich Sturm. Und was wir beobachten, ist auf der einen Seite, dass sich die Meere ja dramatisch erwärmen. Also im Moment haben wir tatsächlich die wärmsten Temperaturen, die wir jemals an der Oberfläche der Meere gemessen haben. So warm waren die Meere noch nie. Und das bedeutet eben, dass auch mehr Verdunstung stattfindet. Und wir sprechen in der Wissenschaft von latenter Energie. Weil Verdunstung kühlt ja eigentlich. Und wenn dann der umgekehrte Prozess stattfindet, wenn es also zur Kondensation kommt, wenn also der Wasserdampf, also die gasförmige Phase des Wassers, dann wieder sich umwandelt in flüssiges Wasser, entsteht diese Energie wieder oder wird sie wieder frei. Deswegen sprechen wir von latenter Energie. Und jeder kann sich ja vorstellen, mehr Energie im System bedeutet eben stärkere Wetterextreme. Und deswegen sehen wir bei Hurricanes zum Beispiel, dass gerade die ganz starken Hurricanes, dass die häufiger werden. Also nicht alle Hurricanes, sondern die ganz starken Hurricanes. Weil die können dann sozusagen mal über eine Eigendynamik sich sozusagen selbst noch mal verstärken. Und wir sehen eben bei uns, dass diese heftigen Gewitter eben auch zunehmen. Und das führt dann eben auch automatisch zu mehr Starkregen. Und wir erleben es ja gerade auf tragische Weise, was gerade in Südeuropa stattfindet. Das waren Regenfälle, die waren um ein Vielfache stärker als damals bei uns während der Ahrtalflut. Ich meine, die Ahrtalflut, das war schon unglaublich, was da runtergekommen ist in kurzer Zeit. Und jetzt haben wir noch mal das Dreifache, das Vierfache von dem, was runterkommt. Da sind zum Teil in einem Tag Regenmassen runtergekommen, die bei uns in Hamburg, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber bei uns in Hamburg in einem Jahr runterkommen. Stellen Sie sich mal diese Regenmenge vor, die kommt jetzt in einem Tag runter, innerhalb weniger Stunden letzten Endes. Da kann man sich auch nicht mehr anpassen. Und deswegen gibt es eben auch Grenzen. Auf der einen Seite, das haben wir schon so ein bisschen diskutiert, der Vorhersagbarkeit. Ich meine, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe auch einen Doktortitel, der ist auch echt. Ich habe sogar Professorentitel. Aber das System ist so komplex, ich kann es auch nicht in allen Facetten vorhersagen. Es gibt Grenzen der Vorhersagbarkeit. Es gibt Grenzen der Anpassungsfähigkeit. Das sehen wir ja gerade bei solchen Regenfeld. Wie soll man sich da anpassen? Wie soll eine Landwirtschaft funktionieren, wenn kein Regen fällt? Es gibt Grenzen der Anpassungsfähigkeit. Und dann in der Folge gibt es auch Grenzen der Finanzierbarkeit. Wie soll man denn das alles finanzieren? Und jetzt stellen Sie sich mal diesen sozialen Sprengstoff vor. Menschen verlieren alles. Und der Staat muss dann sagen, tut mir leid, das ist wirklich eine Tragödie. Aber wir können euch nicht mehr kompensieren irgendwie. Und das ist doch ein sozialer Sprengstoff. Den hält, glaube ich, keine Gesellschaft aus. Deswegen hängt meiner Meinung nach viel, viel mehr am Thema Klima, als man so normalerweise diskutiert. Also als nur, sagen wir mal, die Wetterextreme. Ist es wahr, dass wir Menschen letztlich die Natur nicht auslöschen können, aber in der Lage sind, unsere eigenen Lebensbedingungen zu zerstören? Ja, absolut. Also die Erde wird natürlich weiter bestehen. Die Erde geht nicht unter. Das wird niemals passieren. Die Erde hat alles Mögliche überstanden, selbst Meteoriteneinschläge. Damals, beide erinnern uns, vor 65 Millionen Jahren. War das schon 65? War das nicht vor 66 Millionen? Ja, ungefähr 65 Millionen Jahre, genau, als Yucatan, dieser Meteorit, eingeschlagen ist, der dann zu einem Winter geführt hat. Ja, die Dinosaurier sind ausgestorben und so weiter. Und auch das hat die Erde natürlich überlebt. Und wir sind da angekommen. Ich habe einen fantastischen französischen Dokumentarfilm gesehen. Und zwar, wo Frankreich bei der Insel Bikini und so immer unter Wasser die Atomwaffenversuche gemacht hat. Und da können wir natürlich nicht mehr leben. Ist ja alles schwer kontaminiert. Aber die Forscher, denen lässt das ja keine Ruhe. Da sind sie bei 18 Schutzanzügen hin und runtergetaucht. Und haben gesagt, es wimmelt von Pflanzen und Tieren. Die sind alle schwer kontaminiert. Aber das ist denen völlig wurscht. Nur wir können dort nicht mehr leben. Da habe ich auch gestaunt, ehrlich gesagt. Ist es wahr, dass insbesondere ohne die USA und ohne China sämtliche wichtigen klimapolitischen Ziele nicht zu erreichen sind? Und wenn das stimmt, könnte das nicht eine Ausrede für viele Staaten sein, klimapolitisch nichts zu tun? Weil ja in den USA und in China zu wenig passiert. Ja, diese Argumentation hört man sehr häufig. Ich will das nochmal in Zahlen fassen. Also China hat einen Anteil an weltweiten CO2-Emissionen von knapp 30 Prozent. Also 30 Prozent des weltweiten CO2-Aufschlusses entfallen auf China. 14 Prozent ungefähr auf die USA. Da sind wir schon bei 14, 1,4. Also China Nummer eins, USA Nummer zwei. Und klar, die müssen etwas tun. Aber es gibt natürlich auch so etwas wie eine historische Verantwortung. Und ich habe es ja erzählt, CO2 verweilt ja sehr lange in der Atmosphäre, was unsere Eltern in die Luft geblasen haben, was unsere Großeltern in die Luft geblasen haben. Und wenn man dann fragt, wer hat das da oben reingebracht, was wir heute dort messen, dann waren es eben nicht die Chinesen zuallererst, sondern die US-Amerikaner zuallererst. Und da sehen Sie schon die Konfliktlinie bei den Klimaverhandlungen. Die Chinesen sagen, nee, ich bin ja nicht der Hauptverantwortliche. Du, Amerikaner, du US-Amerikaner, du hast doch das Allermeiste da reingebracht. Ungefähr ein Viertel der CO2, das wir heute dort messen, kommt von den US-Amerikanern. Die Chinesen tragen im Moment ungefähr so 13, 14 Prozent bei. Sind natürlich auch keine Weisensknaben gewesen, aber trotzdem sind nicht auf Platz eins. Da sind Sie schon eine Konfliktlinie. Ich will noch eine zweite Konfliktlinie aufmachen, was uns Deutsche... Nehmen die ganze Menge, die da oben ist und rechnen das historisch mit. Genau, historisch, weil das muss man ja auch, weil die heutige globale Erwärmung ist die Folge der kumulierten historischen Emissionen, weil es eben so lange lebt. Ich will das auch noch mal erklären anhand der Staatsverschuldung. Denn, ich meine, da kennen Sie sich ja auch, Sie waren ja lange oder sind lange im Bundestag. Und das ist genau wieder mal mit der Staatsverschuldung. Also, Christian Lindner hat ja jetzt durchgesetzt, dass wir, glaube ich, ein bisschen weniger Schulden aufnehmen im nächsten Jahr als in diesem Jahr, um die Schuldenbremse einzuhalten. Das bedeutet ja nicht, dass das Schuldenberg irgendwie kleiner wird, sondern er wächst ja trotzdem. Und damit auch die Zinszahlung. Und so ist es mit dem CO2 auch. Ich meine, das alte CO2 ist nicht weg. Und selbst wenn wir jetzt ein bisschen weniger ausstoßen, kommt es oben drauf. Und damit steigt eben die Temperatur weiter an. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass alle Länder hier gemeinsam arbeiten. Und wir erleben ja gerade genau das Gegenteil. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, ich bin niemand, der irgendwie in Pessimismus verfallen will oder in Fatalismus. Aber natürlich muss ich die Dinge auch so sehen, wie sie sind. Und eine internationale Kooperation findet im Moment eher weniger statt. Und das sind schlechte Vorzeichen für die Bewältigung des Klimaproblems. Also, was kann man machen? Ich meine, man muss irgendwie Mittel und Wege finden, dass die Länder profitieren. Und zwar, man muss irgendwie Abkommen finden, wo dann wirklich beide Parteien oder je nachdem, wie viele Länder da jetzt vertreten sind, auch davon profitieren. Da kann man sich Modelle überlegen, wie das auch funktionieren könnte. Aber eins ist klar, das wird nicht anders sein. Diejenigen, die das Problem verursacht haben, und das sind zuallererst die Industrienationen, die müssen einen Teil ihres Wohlstands, das ist gar nicht so viel, aber einen Teil ihres Wohlstands dafür aufbringen, den jetzt nachfolgenden Ländern Wohlstand zu ermöglichen. Richtig. Und ich will nur eine Zahl oder zwei Zahlen dazu bringen, um das nochmal deutlich zu machen und warum auch Deutschland was tun müsste. Jeder von uns hier im Statistischen Mittel entlässt acht Tonnen CO2 pro Jahr. In Indien sind es pro Kopf zwei. Indien hat inzwischen die größte Bevölkerung der Welt, hat China überrundet. Und was ist, wenn jetzt 1,4 oder 1,5 Milliarden Menschen von zwei Tonnen CO2 auf acht gehen? Das wird nicht klappen. Also, was ist die Konsequenz? Wir müssen versuchen, was runter, von unserem hohen Rost sozusagen ein bisschen runterzukommen und uns dann irgendwo vielleicht bei drei oder vier Tonnen treffen. Nur so wird es funktionieren. Und sonst wären wir auch nicht glaubwürdig auf den internationalen Konferenzen. Ich meine, es geht hier auch um globale Gerechtigkeit. Es ist nicht gerecht, dass wir mit CO2 ausstoßen, jeder von uns, als ein Inder oder eine Inderin. Warum ist es gerade wichtig, dass eben auch Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, ich nehme mal die skandinavischen Länder dazu, die spielen ja noch eine eigene Rolle. Welche Rolle müssten sie spielen? Also einmal, dass sie Vorteile anderen Ländern anbieten, damit die reduzieren, aber indem wir logischerweise auch selbst reduzieren etc. Welche Rolle können solche Länder noch spielen? Also wir brauchen ja Energie. Und zwar brauchen wir saubere Energie. Und viele Entwicklungsländer haben die erneuerbare Energie, die wir nicht haben. Die könnte man jetzt nutzen, entweder direkt, wenn ich an Nordafrika denke, also technologisch ist überhaupt kein Problem, dort Sonnenstrom herzustellen, den zu uns zu leiten. Ja, durchs Mittelmeer keine großen Entfernungen. Verluste liegen in einer Größenordnung von maximal 10 Prozent. Also technologisch ist alles kein Problem. Und das würde natürlich auch den Nordafrikanern oder auch anderen Ländern eine Entwicklungsperspektive bieten. Und beide hätten etwas davon. Die Entwicklungsländer können sich weiterentwickeln, können Wohlstand generieren. Ich glaube, das würde auch die Demokratie fördern, weil Menschen können Teilhabe haben. Und wir würden dann eben saubere Energie bekommen, die wir natürlich bezahlen müssen. Nichts ist umsonst. Wir bezahlen auch Kohle und Öl und Gas und so weiter. Das wäre zum Beispiel so ein Modell, dass man einfach versucht, diese Partnerschaften, diese Energiepartnerschaften aufzubauen. Und das tut niemandem weh. Es tut nur, wenn ich das kurz sage, es tut nur den Energiekonzern oder den Mineralölkonzern weh. Aber das ist mir ehrlich gesagt völlig egal, ob es den weh tut oder nicht. Aber gibt es denn einen Weg, Sonnenenergie aus Afrika hierher zu bringen? Ja, den gibt es. Es gibt Leitungen, die relativ verlustfrei leiten. Das sind sogenannte Gleichstromleitungen. Und das sagte ich ja, die leiten relativ verlustfrei. Also es gibt es alles. Es ist immer eine Frage des Geldes. Niemand will es bezahlen. Aber irgendwie müssen wir Mittel und Wege finden, das zu bezahlen. Und ich meine, wir haben alles auf dieser Welt. Also wir haben eines auf jeden Fall nicht. Wir haben kein Energieproblem. Wir müssen einen Bruchteil, wirklich einen winzigen Bruchteil der Sonnenenergie nutzen, die auf die Erde fällt, um den Weltenergiebedarf zu decken. Das heißt, wir haben überhaupt kein Energieproblem auf der Erde. Wir haben auch kein Technologieproblem. Die Technologie ist schon längst entwickelt. Es ist alles möglich. Und wir haben auch kein Geldproblem. Geld ist genug vorhanden, aber es ist eben falsch verteilt. Das ist ja immer das große Elend. G7 hat vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor zweieinhalb Jahren beschlossen, von allen großen Banken und Konzernen mindestens 15 Prozent Steuern zu verlangen. Keiner der sieben Staaten hat bisher ein einziges Gesetz dazu erlassen. Das zerstört auch das Vertrauen. Du kündest was an und machst es einfach nicht. Und wenn ihr denn nachfragt, so wirst du blöde antworten. Nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wird BRICS erweitert. Also BRICS ist Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Jetzt, per 1. Januar, kommen hinzu Saudi-Arabien, Iran, Argentinien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten und Äthiopien. Wenn es nun zu einer neuen Blockbildung kommen sollte, hat das auch Folgen für die Bekämpfung der Klimakatastrophe und des Klimawandels, gibt es dann ein Abschotten diesbezüglich? Ja, absolut. Weil viele dieser Länder, die jetzt bei BRICS dabei sind, blockieren ja auch auf den Klimakonferenzen. Nehmen wir mal Saudi-Arabien beispielsweise. Die haben überhaupt kein Interesse an Klimaschutz. Die wollen ihr Öl verkaufen und sonst nichts. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir, ich habe das Allianz der Willigen genannt, der Bundeskanzler hat es Klimaclub genannt, dass einige Länder vorangehen und einen eigenen Wirtschaftsraum innerhalb gewisser Grenzen natürlich entwickeln, wo eben Nachhaltigkeitskriterien wirklich eine wichtige Rolle spielen. Aber dieser Raum muss meiner Meinung nach auch ein bisschen abgeschottet werden, zum Beispiel gegen billige, nicht nachhaltig gefertigte Produkte. Und da ist natürlich auch jetzt, wenn wir mal Deutschland nehmen, die deutsche Industrie gefragt. Ja, also wir begeben uns immer mehr, gerade auch die Automobilindustrie, wir begeben uns immer mehr in Abhängigkeiten, zum Beispiel in China. Ja, Mercedes-Benz ist inzwischen schon komplett abhängig, glaube ich, vom chinesischen Markt, VW eigentlich auch. Und das ist keine gute Entwicklung. Und ich würde auch mal einen Tick weggehen vom Klima, sondern ich glaube, es geht um viel mehr als ums Klima. Es geht darum, ob wir in Deutschland noch zukunftsfähig sind. Ich meine, wir haben schon einige Zukunftsmärkte verloren. Wir haben Digitalisierung verloren, wir haben künstliche Intelligenz verloren. Und jetzt steht die Automobilindustrie auf der Kippe, weil die haben einfach geschlafen. Vielleicht haben sie nicht geschlafen, das glaube ich nicht. Die sind ja durchaus hell im Kopf. Aber die dachten, die können das aussitzen irgendwie. Und wenn es schwierig wird, dann wird der Staat schon helfen. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht mehr passieren, weil wir haben es ja gerade bei der Internationalen Automobilausstellung gesehen, ich weiß nicht, ob sie noch läuft, aber hat ja vor ein paar Tagen angefangen, wie sehr die deutschen Automobilbauer inzwischen unter Druck sind. Und das versteht man doch auch. Ich habe mir übrigens gerade ein Elektroauto gekauft. Also war schweineteuer, kann ich Ihnen sagen. Und ich frage mich, wer kann sich das eigentlich leisten? Ja, solche Beträge auszugeben für ein Elektroauto. Man muss sich mal fragen, warum sollen die Leute ein Elektroauto kaufen? Welchen Vorteil haben sie davon? Außer, dass sie vielleicht gute Menschen sind. Ja, ich meine, Laden ist echt schwierig. Erstmal das Geld haben, das ist noch schwieriger. Das heißt also, wir müssen versuchen, gerade beim Klimaschutz, und das kommt uns dann auch ökonomisch zu, oder gereicht uns ökonomisch zum Vorteil, müssen einfach versuchen, die Menschen, die Bevölkerung mitzunehmen beim Klimaschutz, indem wir eben Produkte auch entwickeln und herstellen, die die Menschen auch wollen. Und in dem Moment, glaube ich, preisgünstiger als das alte gestalten. Ja, genau, preisgünstiger. Und es darf nicht passieren, dass wir diesen Marken jetzt an die Chinesen, an die Koreaner und wen da abgeben, weil dann, es kommt ja immer das Arbeitslose-Dargument. Aber ich meine, dann haben wir noch mehr Arbeitslose als vorher. Ja, ich werde ja viel durch Deutschland gefahren. Und das ist ganz normal, dass mein Handy sagt, kein Netz. Wenn du dann gerade ein Interview gibst, ausnahmsvollerweise wollte ich mal was Schlaues sagen, und weg ist die Verbindung. Komme ich nicht dazu, wird man also nie erfahren. Ich habe es dann ja auch vergessen. Das ist alles nicht das Problem. Aber ich habe jetzt jemanden getroffen, der war in Uganda zwei Jahre, und der hat mir gesagt, nirgendwo war die Internetverbindung unterbrochen und sein Handy. Nicht in der Höhle, nicht Aufenberg, nicht Hinterberg, nicht Vornberg. Und da habe ich der Bundesregierung vorgeschlagen, Entwicklungshilfe in Uganda zu beantragen. Die werden uns doch mal erklären, wie man das so machen kann, denke ich. Genau, genau. Ich meine, da gab es ja mal einen Regierungsmitglied, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, ob es Demisier gewesen ist oder wer es gewesen ist. Der hat sich von seinen ausländischen Amtskollegen nicht mehr im Auto anrufen lassen, weil es war ihm zu peinlich, ja wirklich, es war ihm zu peinlich, dass die Verbindung andauernd weg war. Das verstehe ich. Aber das ist ein gutes Beispiel mit Uganda, weil ein Punkt ist noch wichtig. Kommt ja dann immer die Sache, ja, was sollen wir denn in Deutschland machen? Jetzt kommen die Chinesen und dann kommen die Afrikaner und so weiter und die wollen ja auch alle. Und ich meine, so wird es, wenn die unseren Weg gehen, klar, können wir alles vergessen. Aber warum sollen die unseren Weg gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gerade das Mobiltelefon, das Internet zeigt es doch. Es gibt doch so etwas wie Leapfrogging, wie wir sagen. Das heißt also Sprünge zu machen, Teologie-Sprünge. Warum sollen die denn das fossile Zeitalter durchmachen, das wir durchgemacht haben und dann auf die erneuerbaren Energien umsteigen und nicht gleich auf die erneuerbaren Energien. Und deswegen finde ich gerade das Mobiltelefon ist ein wunderbares Beispiel für solche Technologie-Sprünge. Die sind auch nicht so bescheuert und gehen übers Festnetz, sondern die gehen gleich übers Mobiltelefon. Im Jahre 1990 ist der weltweite Ausstoß von CO2 um 60 Prozent gestiegen. Nur in Deutschland um 40 Prozent gesunken. Das wird als großer Erfolg verkauft. In Wirklichkeit war das natürlich nur die Deindustrialisierung des Ostens. Ist meine Annahme richtig, dass es seitdem wieder eine Steigerung gibt? Ja, also wir müssen schon sagen, dass die Ziele der alten Bundesrepublik sehr viel couragierter sind oder gewesen sind als die Ziele heute. Weil Sie haben schon recht, mindestens die Hälfte unserer CO2-Einsparung kommt natürlich dadurch zustande, dass sehr viel Industrie im Osten einfach abgeschaltet worden ist oder wie auch immer man das nennen will. Also mindestens 20 Prozent von diesen 40 Prozent sind sozusagen einfach durch die Wiedervereinigung passiert. Deswegen hätten wir viel mehr machen können. Aber ich will noch eine Sache sagen, die trotzdem positiv ist und die auch zeigt, welche Rolle Deutschland eigentlich spielen kann. Deutschland hat 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz verabschiedet. Und das hat dazu geführt, dass die erneuerbaren Energien heute bezahlbar sind. Also Deutschland ist da in Vorleistung getreten. Und wir sind zumindest beim Strom ja auch schon ganz gut. Wir sind so irgendwo bei 50 Prozent Erneuerbare im Stromsektor. Ja, aber bei Wärme sind wir noch schlechter und beim Verkehr sind wir noch schlechter. Aber lassen wir das mal. Deutschland ist in Vorleistung getreten und deswegen boomen die erneuerbaren Energien weltweit. Und insofern zeigt es, dass Deutschland durchaus Möglichkeiten hat, als kleines Land, dass selbst nur zwei Prozent am weltweiten CO2-Ausstoßanteil hat, trotzdem etwas für die Welt zu tun. Das heißt also, ich finde, man darf nicht nur jetzt sozusagen auf den puren Ausstoß blicken und sagen, was soll Deutschland machen und zwei Prozent, wir können eben die Technologie entwickeln und damit eben auch einen Technologievorsprung haben. Und eins ist, denke ich, völlig klar, die nächste industrielle Revolution, die hat schon längst begonnen. Sie wird auch mit den erneuerbaren Energien zu tun haben. Gerade durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine haben wir doch gemerkt, wie abhängig wir sind und viele andere Länder haben es auch gemerkt, deswegen wollen die auch gerne mehr Erneuerbare haben. Und Deutschland hat den Weg geebnet. Und wenn Deutschland diesen Weg weitergeht, was meiner Meinung nach total wichtig ist, dann wird Deutschland auch in der Zukunft ökonomisch die Nase vorne haben. Und das wird irgendwie viel zu wenig diskutiert. Und deswegen ist Klimaschutz meiner Meinung nach eben nicht der richtige Ausdruck, sondern ich finde Zukunftsfähigkeit den viel besseren Ausdruck. Was halten Sie, das können Sie relativ kurz machen, von den Protestaktionen der letzten Generation? Ja, nicht viel. Also ich verstehe die Leute auch, ich habe auch mit einigen von denen lange gesprochen. Ich glaube, es ist kontraproduktiv in den verschiedener Hinsicht. Auf der einen Seite, ich habe es ja vorhin gesagt, wir müssen ja die Menschen mitnehmen. Und so nimmt man die Menschen nicht mit. Die sind alle irgendwie aufgebracht und genervt. Und ich sehe auch nicht, was für einen Sinn das haben soll, jetzt sich da festzukleben und, ich sage mal, unschuldige Menschen da irgendwie zum Wahnsinn zu treiben. Die zur Arbeit wollen. Ja, die zur Arbeit wollen. Das bringt meiner Meinung nach überhaupt nichts. Das ist, wie gesagt, kontraproduktiv. Dadurch kann eben Klimaschutz auch so ein bisschen ins Negative rutschen. Weil ich habe es ja auch bei mir gemerkt, dann kriegt man auf einmal solche Zuschriften. Und was soll denn das? Ich meine, ich habe mich nicht festgeklebt. Aber es wird aber dann pauschalisiert einfach. Jeder, der für das Klima ist oder für Klimaschutz ist, der ist dann irgendwie dafür verantwortlich. Das eine und das andere, was eigentlich noch schlimmer ist, es wird über den eigentlichen Klimaschutz überhaupt nicht mehr gesprochen. Es wird nur noch über die Form des Prozesses gesprochen und nicht darüber, wie kommen wir nun endlich weiter beim Klimaschutz. Warum lieben Sie Kinderunis? Ja, es bringt einfach Spaß, weil die Fragen zu Dinge, die wird man sonst nicht gefragt. Und nur ein Beispiel. Ich versuche den Kindern zu erklären, wie überhaupt das Klima funktioniert und so weiter. Ich mache die auch nicht fertig mit globaler Erwärmung, will ich gar nichts. Also ich will ein gewisses Verständnis für das Klima herstellen und für die Natur und so weiter. Am Ende komme ich dann doch ein bisschen auf die globale Erwärmung und zu sprechen. Und dass das ja alles machbar wäre, wie wir es ja auch gerade diskutiert haben, über erneuerbaren Energien und so weiter. Und ein Kind hat mich dann mal gefragt, ja, warum machst du es denn nicht? Ja, entwaffnend, oder? Das finde ich auch schön, ja. Die Kinder haben mir mal erklärt, sie sind dafür, dass man das Wahlrecht abgeburt hat. Da habe ich gesagt, na, wie soll denn so ein Säugling wählen? Da haben die gesagt, nein, das muss die Mutter oder der Vater tun. Da sage ich, und wenn die sich nicht einig sind, dann sind sie ausgeschlossen vom Wahlrecht. Also die müssen sich einigen. Da ist mir aufgefallen, das wäre nicht so schlecht, denn eine Familie mit sieben Kindern hätte neun Stimmen. Das würde die Politik verändern, glauben Sie es mir. Warum befürchten Sie, dass die Arktis 2030 eisfrei sein könnte? Ich war auf Grönland und habe einen riesigen Eisberg besucht und gesehen. Und da haben Sie mir gesagt, es steht absolut fest, dass der in 15 Jahren weg ist. Das hat mich leicht schockiert. Ja, also wir haben ja zwei Arten von Eis. Das eine ist das sogenannte Meereis, das schwimmt auf dem Wasser. Und dann haben wir das Festlandeis, wo die Eisberge von abbrechen. Wir, also wenn wir darüber sprechen, dass die Arktis eisfrei ist, sprechen wir erst mal über den Sommer und nicht über den Winter. Im Winter ist es so verdammt kalt, da spielen dann ein paar Grad Erderwärmung auch keine Rolle. Da bildet sich immer neues Eis. Ob das nun minus 30 oder minus 27 ist, das ist völlig irrelevant. Das heißt, wenn wir über eine eisfreie Arktis sprechen, sprechen wir über das Meereis, nicht über Grönland, das Grönland heißt. Und wir sprechen über den Sommer. Über den was? Über den Sommer. Und nur über den Sommer. Nicht über den Winter. Meine große Sorge ist, abgesehen davon, dass natürlich auch ein Ökosystem davon betroffen ist, das arktische Ökosystem ist ja sehr, sehr vulnerable, also sehr empfindlich. Und wir reden oft über den Eisbären. Wenn kein Eis da ist, wie soll er jagen und so weiter. Aber da gibt es ganz viele andere Lebewesen, die eben dort auch leben wollen und die von der Existenz des Eises abhängig sind. Das heißt also, da steht wirklich ein gigantisches Ökosystem auf dem Spiel. Aber meine große Sorge ist dann eben auch, in dem Moment, und das fängt jetzt schon an, wo das Eis nicht mehr da ist, dann fahren dann noch mehr Schiffe, weil die Route, die Polroute, also die sogenannte Nord-Ost-Passage, die ist ja viel kürzer als die Passage südlich rum. Das heißt also, der Weg für die Schiffe wäre sehr viel kürzer. Und das würde dann wahrscheinlich nochmal den Schiffsverkehr erhöhen. Dadurch würden noch mehr Schadstoffe in die Atmosphäre kommen, mehr Ruß. Dieser Ruß würde sich auf das Eis legen. Dadurch würde sich das Eis, jetzt auch das Grönland-Eis, noch schneller erwärmen, weil das absorbiert ja das Sonnenlicht noch stärker. Und das wäre keine gute Entwicklung. Und deswegen wäre es meiner Meinung nach so wichtig, doch ein bisschen Eis da noch zu lassen, damit da nicht Hunderte oder Tausende von Schiffen immer durchfahren und dann auch noch andere Schäden anrichten, außer das Klima zu beeinflussen. Dann stellen wir beide künstliches Eis her und versperren den Zugang. Weil das Kind gefragt hat, warum wir beide das nicht machen. Ja, warum wir es nicht tun, es bezog sich auf die erneuerbaren Energien. Aber ich finde, das ist genau die Frage, die man stellen muss. Warum tun wir es nicht? Richtig. Und nochmal zum Eis. Das Festland-Eis, das trägt ja auch zum Meeresspiegelanstieg bei. Und wir reden hier wirklich über eine große Zeitverzögerung. Also die Erwärmung selbst an der Oberfläche, die hat keine große Verzögerung. Das heißt, da reden wir über ein paar Jahre, also wenn das CO2 hochgeht, dauert ein paar Jahre, bis es an der Oberfläche warm wird. Aber beim Meeresspiegel reden wir über Zeitverzögerungen von Jahrzehnten bis Jahrhunderten. Das heißt, was wir heute tun, kann schon Auswirkungen dann haben im Jahr 2300, im Jahr 2400. Und dann eben Auswirkungen in der Art, dass wir über mehrere Meter Meeresspiegelanstieg sprechen. Im Moment sprechen wir über Zentimeter, über Dezimeter Meeresspiegelanstieg. Aber dann sprechen wir über Meter Meeresspiegelanstieg. Und das ist dann natürlich eine Hinterlassenschaft, die wir den nachfolgenden Generationen dann vererben, mit denen Sie dann wahrscheinlich nur sehr schwer umgehen können. Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben und veröffentlicht. Ganz bestimmt werden diese Bücher von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelesen, die ihre Meinung teilen oder nicht teilen. Ganz bestimmt lesen, das haben wir mitbekommen, Klima-Interessierte, ihre Bücher. Die sich in jeder Hinsicht durch Sie bestätigt sehen. Ganz bestimmt quälen sich die Klimaleugnerinnen und Leugner durch ihre Bücher, um etwas Widerlegbares zu finden. Meine Frage lautet, wie erreicht man die Unwissenden und die wenig Interessierten? Über Hundfunk, über Fernsehen oder wie kann das laufen? Ich glaube, wir Menschen sind Egoisten. Davon habe ich noch nie gehört. Deswegen wird es meiner Meinung nach nicht über Aufklärung passieren, sondern es wird passieren, wenn die Menschen profitieren können. Wenn wir Maßnahmen treffen, von denen die Menschen profitieren. Ich will nur ein Beispiel nennen, und es wäre so gut gewesen, hätte die Bundesregierung das gemacht, eigentlich geplant war es voll, so eine Art Klimageld oder Klimaprämie oder was auch immer, wie man das nennen will. Jeder von uns kriegt zu Beginn des Jahres 1.000 Euro, keine Ahnung, wie viel da angedacht worden ist. Und dann hat man selbst ein bisschen in der Hand, ob man am Ende des Jahres sie übrig hat oder nicht. Also wenn zum Beispiel, ich meine, wir haben ja auch eine CO2-Steuer, dadurch werden ja auch bestimmte Dinge teurer und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir brauchen diese Anreize. Das ist so ein bisschen Spieltrieb irgendwo. In dem Moment, wo die Menschen profitieren können, dann wollen sie es auch. Und man hört immer so viel, dass die Menschen gegen Windkraft sind und so weiter. Aber ich habe schon so viele Windkraftanlagen eingeweiht, wo die Menschen gefeiert haben, tagelang gefeiert haben. Warum? Weil sie beteiligt sind oder weil sie vielleicht selbst das Geld einnehmen und nicht irgendwelche Fernkonzerne. Und dann, der Bundeskanzler hat ja gerade in Westdeutschland eine Gemeinde besucht, so eine Vorzeigegemeinde, wo es eben so einen Bürgerwindpark gibt. Die haben ihre Gewerbesteuer gesenkt, die haben ihre Grundsteuer gesenkt. Und dann, glaube ich, wird ein Schuh draus, weil dann beide profitieren. Ich stimme Ihnen da voll zu. Ich finde, bei den Freihandelsabkommen machen wir immer folgendes. Mit einem afrikanischen Land machen wir ein Freihandelsabkommen. Das heißt, wir können alles zollfrei hinliefern. Die dürfen auch alles zu uns zollfrei liefern. Haben natürlich wesentlich weniger. Nur eins nicht. Keine Lebensmittel. Also das Einzige, was sie wirklich haben, dürfen sie nicht an uns zollfrei liefern. Wenn wir sagen, das stört unsere Landwirtschaft. So, damit verbaust du schon. Ich verstehe ja auch den Schutz der Landwirtschaft. Aber es ist trotzdem interessant, wie wir da wirklich eben verbauen. Und ich finde auch, wenn man Solarenergie, kann man so attraktiv gestalten. Andere Formen der Energieversorgung auch. Also statt diesen Weg zu gehen, Sie haben recht, allein mit Überzeugung lässt sich das nicht machen. Ich hatte als Gast die Journalistin Ulrike Herrmann. Sie meint, die Wirtschaft müsste um 25 Prozent schrumpfen. Das klingt natürlich erst mal furchtbar. Was aber dem Kapitalismus widerspricht, der permanent die Wirtschaftssteigerung verlangt. Deshalb müsse man den Kapitalismus überwinden. Also sie kommt gar nicht wie eine Linke oder ein Linker darauf, sondern sie kommt aus einer völlig anderen Sicht darauf und meint, die Strukturen in der Wirtschaft müssen verändert werden. Ist da was dran? Ja, nach drei Semestern Wirtschaftswissenschaften fühle ich mich da ehrlich gesagt nicht so berufen, fundiert darüber Auskunft zu geben. Aber ich denke, sie hat insofern recht, als dass unser Wirtschaftssystem nicht vernünftig ist, in dem Sinne, dass Umweltzerstörung belohnt wird. Weil so ist unser Wirtschaftssystem heute. Unser Wirtschaftssystem belohnt Umweltzerstörung, weil Umweltzerstörung meistens nichts kostet. Und derjenige, der dann sozusagen die Umwelt zerstört, hat einen Vorteil gegenüber demjenigen, der die Umwelt schützt. Oder weniger stark belastet. Und deswegen habe ich mal in einem meiner Bücher geschrieben, was natürlich jeder Wirtschaftswissenschaftler, wenn wir sagen, der hat den Knall und das ist das Schwachsinn, was der da sagt. Aber ich meine, um auf die Anreize auch wieder zurückzukommen, ich meine, warum sind Bioprodukte so teuer? Warum sind Bioprodukte so teuer? Warum sind Bioprodukte nicht billiger als konventionell gefährlich die Produkte? Ich glaube, in dem Moment bräuchten wir die Menschen gar nicht mehr überzeugen, dass sie jetzt Bioprodukte kaufen, sondern würden es ganz alleine tun. Und das meine ich einfach damit... Ja, und ich kann von einer Hartz-IV-Empfängerin oder jetzt Bürgergeldempfängerin das nicht ernsthaft erwarten. Genau, kann man nicht verlangen. Und insofern subventionieren wir systematisch Umweltzerstörung. Und das geht eben nicht. Und da müssen wir ansetzen. Aber sie meinte auch, dass das Ziel... Sie meinte aber auch, dass das Ziel dieser Schrumpfung aus sozialen Gründen, Wegfall von Arbeitsplätzen, kaum zu erreichen ist. Aber man kann auch über Arbeitszeitverkürzung nachdenken. Es müssen ja nicht die einen Tote Zeit haben und die anderen kommen aus dem Mobbing und Stress gar nicht raus. Aber dieses Arbeitsplatzargument teile ich nicht. Wenn wir uns nicht bewegen, das habe ich vorhin schon gesagt, Beispiel Automobilindustrie, wenn wir uns nicht bewegen, ist irgendwann die Automobilindustrie ganz weg. Und wir haben es doch bei Nokia gesehen. Was ist denn aus Nokia geworden? Wenn man sich nicht rechtzeitig irgendwie verändert, der Markt ist gnadenlos. Das heißt also, dann wird es in Deutschland keine Automobilproduktion mehr geben. Und dann sind noch sehr viel mehr Arbeitsplätze weg. Deswegen habe ich dieses Arbeitsplätzeargument eigentlich nie geteilt. Naja, vor allen Dingen, wenn du ein Braunkohlenrevier schließt, musst du den Braunkohlenkumpeln ja nur sagen, welchen etwa ähnlich bezahlten Job sie am nächsten Tag haben. Das kannst du über Qualifizierungsverträge erreichen oder über einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Wenn du ihnen natürlich sagst, sie kriegen ja Arbeitslosengeld und dann irgendwann Bürgergeld, na dann hast du aber Freunde der ökologischen Nachhaltigkeit gewonnen. Also ich verstehe das immer nicht, dass man diese soziale Konsequenz nicht sieht und mit anbietet. Wenn er sogar noch ein bisschen mehr verdient hinterher, ist das sozusagen noch sogar ein gewisser Anreiz. Also es ist eigentlich alles möglich. Das Kind hatte recht, warum machen wir das bloß nicht. Na gut. Sie geben aber dadurch Hoffnung, ich muss ja jetzt zum Positiven kommen, dass Sie erklären, dass der Point of No Return noch nicht erreicht ist. Was halten Sie in diesem Zusammenhang von dem Pariser Klimaabkommen? Ja, das Pariser Klimaabkommen, darf ich noch mal kurz erklären, wurde beschlossen im Jahr 2015 eben in Paris. Deswegen heißt es das Pariser Klimaabkommen. Und dort haben sich die Länder darauf verständigt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen gegenüber der vornherein Zeit. Vornherein Zeit wird im Allgemeinen als der Zeitraum 1850 bis 1900 definiert. Heute stehen wir schon bei so knapp 1,2 Grad. Und dann steht da noch, dass man die Erwärmung möglichst sogar auf 1,5 Grad begrenzen will. Keiner, der etwas vom Klima versteht, und ich glaube inzwischen auch kein Politiker und keine Politikerin glaubt, dass wir die 1,5 Grad Marke nicht reißen werden. Also die werden wir auf jeden Fall reißen, wahrscheinlich schneller als wir denken, vielleicht sogar schon zumindest temporär in diesem Jahrzehnt. Deutlich unter 2 Grad könnten wir noch bleiben, aber dazu müsste es tatsächlich diese internationale Kooperation gehen. Ich glaube, Sie haben es am Anfang gesagt, der CO2-Ausstoß, wenn wir uns mal auf CO2 hier konzentrieren, müsste ungefähr um die Hälfte sinken bis 2030 weltweit. Das ist die große Herausforderung. Und ich kann immer wieder nur sagen, wenn die Länder es wollen, es ist möglich. Theoretisch ist alles möglich. Auch praktisch wäre es möglich. Es muss nur der politische Wille da sein. Im Moment ist leider dieser politische Wille nicht da. Es ist aber auch wichtig, dass Sie sagen, dass der Point of No Return noch nicht erreicht ist. Wenn man sagt, er ist erreicht, dann kann ich ja sagen, du hattest ja eh keinen Sinn mehr. Ja, genau, das kann man sagen. Und ich bin auch niemand, der irgendwie immer so der Apokalypse das Wort redet. Es gibt auch Kollegen von mir, die also wirklich sehr alarmistisch unterwegs sind. Das bin ich nicht. Und selbst wenn wir die 1,5 Grad reißen, ich meine, dann tut sich nicht irgendwie hier die Erde auf und wir versinken alle. Sondern ich glaube tatsächlich, dass es zumindest eine Zeit lang noch graduell geht, dass wir natürlich die Auswirkungen immer stärker spüren. Aber dieser Point of No Return, dass wir dann alle zur Hölle fahren, also das wird ja nicht passieren. In Ihrem Buch Highside schlagen Sie zehn Punkte vor, um auf die Bremse bei der Klimakatastrophe zu treten, weil es keinen Planeten B gäbe, auf dem wir unterkommen könnten. Ich glaube, auch auf dem Mars gibt es nicht mal ein Wohnungsamt oder so. Und eigentlich wollte ich Sie bitten, alles mit einem Satz zu sagen, aber es ist schon ein bisschen spät. Aber ich finde, wir haben es inzwischen begriffen. Allianz der Willigen haben wir doch verstanden. Nicken Sie mal immer. Fairer Ausgleich zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern haben wir, glaube ich, verstanden. Abbau klimaschädlicher Subventionen und CO2-Bepreisungen haben wir verstanden. Massiver Ausbau erneuerbarer Energien, und das Ganze muss sich lohnen, haben wir auch verstanden. Geldströme in nachhaltige Investments lenken, das heißt zum Beispiel in erneuerbare Energien etc., haben wir, glaube ich, auch verstanden. Industrielle Nutzung von CO2 aus der Luft. Das heißt, da soll man CO2 verbrauchen, damit das aus der Luft abgebaut wird. Ich will das mal an einem Beispiel erklären. Das habe ich nicht verstanden. Nee, genau, das war wunderbar. Wir sind erst bei sechs. Wir hatten ja jetzt in den letzten Monaten diesen Streit um den Verbrenner, also um das Verbrennerauto, den Verbrennermotor. Und dann kam ja die FDP mit den synthetischen Kraftstoffen. Und ich will mal erklären, wie die synthetischen Kraftstoffe funktionieren. Für die synthetischen Kraftstoffe brauchen Sie zwei Dinge. CO2 und Wasser. Mehr brauchen Sie nicht. Und Energie, klar, aber die haben wir ja eigentlich. CO2 nehmen Sie aus der Luft. Wasser kriegen Sie auch irgendwo her. Und dann können Sie tatsächlich synthetischen Kraftstoff herstellen, den Sie dann verbrennen. Und dann kommt wieder CO2 raus. Aber was wir wieder rausholen, bei der Herstellung der synthetischen Kraftstoffe sind Sie dann tatsächlich CO2-neutral. Das meine ich damit. Ich sage jetzt aber nicht, wir sollten unsere Autos mit synthetischen Kraftstoffen betreiben, weil das wäre der absolute Wahnsinn. Weil die sind so teuer in der Herstellung und brauchen so viel Energie, so viel grüne, saubere Energie, dass man diese synthetischen Kraftstoffe nur nutzen sollte, zum Beispiel für Flugzeuge, wo nichts anderes geht, wo Sie nicht elektrisch betreiben können. Oder für Schiffe beispielsweise, wo Sie auch nicht mit dem Elektromotor da irgendwie geweiht kommen. Aber das Beispiel synthetische Kraftstoffe ist eben genau so ein Punkt hier, der das meint. Was ich eben sagen will, ist, wir haben so viel CO2 in der Luft und wir sollten es als Rohstoff begreifen, es nutzen. Dadurch könnten wir eben doch Schafft man das denn ohne wieder CO2 dadurch auszusprechen? Nee, dadurch kommt CO2 raus, aber trotzdem könnte man ja tatsächlich dann Klima- oder CO2-neutral fliegen. Das ist ja immer schon mal ein Fortschritt, als sozusagen noch extra was reintun. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, das wäre die einfachste Möglichkeit, Bäume pflanzen. Ganz einfach. Das wird nicht ausreichen, weil die Flächen haben wir natürlich auch nicht dafür. Aber immerhin, ich meine, diese eine Maßnahme, die glückselig macht, die gibt es so und so nicht. Wir brauchen ein ganzes Bündnis von Maßnahmen und Bäume pflanzen ist natürlich auch so eine Maßnahme. Was meinen Sie mit siebtens Kreislaufwirtschaft? Meinen Sie die Wiederverwendung? Ja, das meine ich. Und zwar gehen wir noch mal zurück zu Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Da ging es um die Ressourcen der Erde. Also wir wachsen ja auf Kosten der Ressourcen der Erde, das heißt also der Schätze der Erde. Und das kann ja nicht gut gehen. Irgendwann ist ja nichts mehr da. Das heißt also, wir müssen versuchen, so viel wie möglich wiederzuverwerten, also in Recycling zu gehen. Und in dem Zusammenhang finde ich einen Punkt auch ganz wichtig, wir produzieren so viele Dinge, die brauchen wir doch gar nicht. Warum lassen wir das denn nicht? Es geht doch hier auch um Verschwendung. Nehmen wir mal Lebensmittel. Wir schmeißen ein Drittel aller Lebensmittel weg, die produziert werden. Hat denn das was mit Wohlstand zu tun? Das ist nur dumm. Ja, oder wer von Ihnen bitte mal den Arm heben? Und alles, was einmal auf dem Buffet war und nicht gegessen wird, muss weggebrochen werden. Oder wer von Ihnen braucht denn einen Salzstreuer mit Licht? Warum produzieren wir solche Dinge? Ja, das braucht doch kein Mensch. Also ich finde, es geht hier doch nicht um Wohlstandsverzicht oder sonst was, sondern zurück irgendwie in die Steinzeit, sondern es geht doch hier nur um Vernunft. Wissen Sie, was interessant ist? Die DDR, natürlich nicht aus ökologischen Gründen, aus rein ökonomischen Gründen, war eine behalte Gesellschaft. Die alte Bundesrepublik war eine Weckwaff-Gesellschaft. Das ändert sich jetzt. Und das haben Sie sich eben nicht angesehen bei der Herstellung der Einheit, weil das wirklich ganz interessant war, will ich jetzt aber nicht im Einzelnen erläutern. Aber es wurde versucht, alles irgendwie wiederzuverwenden. Und dann kommt zufällig was Ökologisches dabei heraus, wenn das Motiv auch ein anderes war. Beteiligung der Bevölkerung am Strukturwandel. Das heißt, es ist eine Frage der Demokratie, der Einbeziehung, der Wissensvermittlung? Genau. Ich habe ja über die Windparks gesprochen, wo die Menschen wirklich heilfroh sind, dass sie jetzt wieder ihre Schwimmbäder instand setzen können, alles Mögliche machen können. Ich meine, Sie können doch nicht erwarten, dass die Menschen vor Ort alle Nachteile haben und irgendwelche Konzerne sacken das alles ein, das Geld. Das geht nicht. Und das ist ja bei vielen Dingen einfach so, dass die Nachteile sozusagen immer bei den Leuten vor Ort bleiben. Und die Vorteile, die hat dann immer sonst irgendwer. Neuntens haben wir verstanden, zielführende Klimakommunikation, ganz wichtig. Zehntens Druck aus der Zivilgesellschaft, da meinen Sie nicht ankleben, sondern anderen Druck, haben wir auch verstanden. Spielen Frieden und die soziale Frage beim Erfolg ihrer Vorschläge nicht auch eine herausragende Rolle? Ja, spielen eine ganz wichtige Rolle, gerade Frieden, es ist meiner Meinung nach die Voraussetzung auch für demokratische Verhältnisse zum Beispiel. Ich meine, wir hatten ja zwei, deutsche Staaten. Und da haben wir es auch ganz klar gesehen, welcher Staat hat sich um Umweltschutz bemüht, zumindest um welcher nicht. Und da hat man eben gesehen, dass das demokratische System, glaube ich, schon dem autokratischen System überlegen ist, auch beim Umweltschutz, in vielen anderen Dingen natürlich auch. Und das ist, glaube ich, unabdenkbar. Und deswegen sehe ich einfach auch mit großer Sorge die weltpolitische Entwicklung, dass einfach immer mehr Autokraten an die Oberfläche gespült werden. Es geht alles nach rechts, es wird alles immer nationalistischer. Genau, so ist es, alles nationalistischer, obwohl es ja genau in die andere Richtung gehen müsste. Das ist immer typisch. Nach der Reformation gab es ja die Gegenreformation, auch interessant. Und was wir jetzt erleben, ist eine Angst der Menschen vor der Globalisierung, was die Nationalisten und Rechtsextremisten ausnutzen. Diese Angst, weil sie vorgaukeln, dass man das alles national lösen könnte, was natürlich Quark ist. Aber es ist nicht ohne Erfolg. Ich habe mal noch eine Frage an Sie. Sie sind ja Meeres-Ozean-Forscher. Es gibt doch Tiefen, die wir noch nicht erreicht haben. Kann man sagen, dass wir über die Ozeane, über die Meere viel weniger wissen, als das, was an Wissen möglich wäre? Dass da also noch eine ganz breite Erkenntnispalette vor uns liegt? Ja, also die Tiefsee ist weitgehend unerforscht. Und wir sind immer wieder überrascht, was man da findet. Also vor einem Jahr ungefähr hat man, was man nie für möglich gehalten hätte, Fische, ich glaube, in 8000 Meter Tiefe gefunden. In 8000 Meter Tiefe. Man denkt immer, da kann noch nichts existieren. Man muss ja mal den Druck vorstellen. In 8000 Meter Tiefe. Und trotzdem hat man da Fische gefunden. Und man findet eigentlich immer kontinuierlich neue Lebewesen in diesen Tiefen. Ich habe gelesen, in einem Jahr über 200 neue Lebewesen erdeckt, die wir vorher nicht kannten. Das hielt ich auch gar nicht für möglich. Ja, genau. Also das ist wirklich Terra incognita, wie man so schön sagt. Also unbekanntes, unerforschtes Land, die Tiefsee. Und in der Wissenschaft sagt man hin und wieder the last frontier. Sozusagen die letzte Herausforderung, das auch noch zu entdecken. Sie sind mit einer Norwegerin verheiratet. Ist das eine Christin oder ist die so wenig religiös wie Sie? Die ist genauso wenig religiös wie ich. Also dort sind nicht Widersprüche durch mich zu schlichten? Nein, ganz und gar nicht. Wunderbar. Was treiben Sie in Ihrer Freizeit? Ja, wenn ich denn Freizeit habe, fahre ich gerne Fahrrad. Fahrrad? Ja, Fahrrad. Genau. Ich wollte sowieso fragen nach der Rolle des Sports. Fahrradfahren ist ja schon Sport. Fahrradfahren ist schon eine gewisse Art von Sport. Und ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt Höchstleistungen vollführen will, sondern ich mache das, weil ich mich wohlfühle, körperlich gut fühle. Und weil ich einfach viele Dinge sehe. Gerade in Schleswig-Holstein, wenn man da durchs Land fährt und so weiter. Und da hat man auch eine gewisse Naturverbundenheit. Wenn man da mal wieder eine Blume sieht, am Wegesrand, am Feldweg und so weiter. Oder ein Feldhasen. Wann sieht man denn mal einen Feldhasen? Oder ein Reh? Oder ich weiß nicht was. Das ist doch sensationell. Also ich glaube, da müssen wir auch mal wieder anfangen, dass wir die wunderbare Natur entdecken und wie wunderbar eigentlich die Natur ist. Und ich glaube, nur das, was man liebt, das schützt man auch. Stimmt. Mein Vater hat mir immer gesagt, ein Hase bleibt sitzen, wenn man ihm Salz auf den Spann streut. Und ich habe dem Blödsinn natürlich auch geglaubt als Kind und hatte da immer ein bisschen Salz mit für den Fall. Ist mir aber nie gelungen. Schwimmen Sie gerne? Nee. Wandern Sie gerne? Nö, auch nicht. Also ich gehe gerne spazieren, aber wandern kann man das nicht nennen. Und wenn wir mal beim Wasser sind, das ist mir zu kalt. Lieber Herr Professor Latif, Sie sind eine herausragende wissenschaftliche Persönlichkeit in Deutschland. Ich glaube dennoch, dass Sie auch gewisse Diskriminierung erlebt haben und Ihre alleinige Stellung mit zu Ihrem Fleiß, zu Ihrem Ehrgeiz und mithin auch zu Ihrer Wissenserarbeitung beigetragen haben. Wir verdanken Ihnen wichtige Warnungen, die weltweit Relevanz haben. Auch für uns. Zum Beispiel steht die Frage, ob die Abhaltung des Amazonas, weil das tatsächlich eine innere Angelegenheit Bräsiliens ist, wenn wir alle dadurch nicht mehr atmen können. Neue Fragen stehen an. Im Recht, in der Politik, überall. Und Sie leisten einen Beitrag dazu, dass wir alle neu denken, neu nachdenken müssen. Ich hoffe, dass Sie immer mehr Menschen erreichen und überzeugen und glaube, dass Sie das schaffen. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, weitere wissenschaftliche Erfolge und sage Ihnen heute so herzlich wie möglich Danke. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.